Willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Paul, glaubst du EthikprofessorInnen sind bessere Menschen? Nein. Dieses Gespräch haben wir eigentlich schon mal ganz kurz geführt, als wir diese Folge geplant haben. Und dann haben wir uns entschieden, nicht viel darüber zu sprechen. Aber da habe ich gesagt, und ich wiederhole es noch einmal, ich glaube, das ist wie bei Ärztinnen und Ärzten, wie der rauchende Lungenfacharzt. Wer kennt nicht diese Anekdote und hat sie schon mal aus seinem Bekanntenkreis gehört? Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei EthikprofessorInnen, dass sie eigentlich ganz normale Menschen sind. Ja, es sind keine Superhelden. Sie sind wie du und ich. Du kannst es auch moral. Sie wissen besser, wie es gehen könnte, Superheldinnen zu sein. Aber sie machen es auch nicht, weil sie auch nur normale Menschen sind. Okay. Aber es ist ja auch schon mal eine These zu sagen, sie wüssten aber, wie es besser ist. Das stimmt. Ja. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir haben nämlich eine Studie gefunden, die genau das untersucht. Und zwar ist die von Eric Schwitzgebel und Joshua Rüst. 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 Ich habe überhaupt keinen, bei beiden Namen weiß ich nicht, wie man die ausspricht. Wir tun jetzt so, als wüssten wir, wie man es ausspricht, und sagen Schwitzgebel und Rüst. Ja. Okay. Die Studie heißt The Moral Behavior of Ethic Professors, Relationships Among Self-Reported Behavior, Expressed Normative Behavior, Attitude, and Directly Observed Behavior. Ja. Hat sich jetzt jeder gemerkt. Aber ist sicherlich in der Beschreibung verlinkt, weil das ist ein Open Access Artikel von 2014. Und es ist eine experimental-philosophische Studie. Vielleicht sage ich ganz kurz was dazu. Also Experimentalphilosophie ist so ein neuerer Ansatz in der Philosophie, bei dem versucht wird, mit empirisch-psychologischen Methoden, also zum Beispiel mit Fragebögen, sich mit philosophischen Theorien auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel zu testen, was Menschen, also alle möglichen Menschen, Leute auf der Straße über philosophische Konzepte denken oder wie sie moralische Entscheidungen treffen. Das sind solche Themen, die Experimentalphilosophie macht, also so ein bisschen Philosophie mit Fragebögen, könnte man sagen. Genau. Und das empirische, also wenn man euch irgendwie empirische Forschung nicht sagt und so, also weil ihr da nicht firm seid, im Prinzip das, was man eben so kennt, was Psychologen so machen, dass man eben sagt, Psychologen haben am Haus gefunden, dass 30 Prozent der Menschen in Deutschland glauben, dass es Außerirdische gibt oder so. Das ist ein ganz doofes Beispiel. Wie machen sie das? Sie suchen sich eine möglichst repräsentative Gruppe. Repräsentativ heißt, das sind irgendwie alle Altersschichten, alle vielleicht, was weiß ich, verschiedenen sozialen Schichten zum Teil. Verschiedene Geschlechter. Genau, verschiedene Geschlechter enthalten, dass man sagen kann, die sind sozusagen, dieser Ausschnitt ist im Prinzip Mini-Deutschland, sodass man eben auch später sagen kann, 30 Prozent der Deutschen glauben. Das hat man dann nicht alle gefragt natürlich, sondern man hat vielleicht einen Ausschnitt gefragt, der für das Ganze stehen kann. Das ist natürlich alles sehr klar dokumentiert, damit man dann notfalls nach Fehlern gucken kann und so. Und dann werden da eben solche Schlussfolgerungen draus gezogen. Ich meine, ich finde es einfach ganz witzig. Ich habe die ganz zufällig gefunden und dachte, also mein erster Impuls war zu denken, das ist eine gute Frage. Ich wüsste das auch gerne. Also ob Ethik-ProfessorInnen sich moralisch besser verhalten als andere Menschen. Und ich dachte halt sofort, wie wollen die das denn rausfinden? Und habe dann den Abstract gelesen und dachte, ach, weißt du was, ich frage Paul, ob wir das im Podcast besprechen wollen, weil es ja eigentlich eine witzige Frage ist. Und dann haben wir ihn zusammen gelesen und wollen jetzt einfach ein bisschen drüber reden. Genau. Ja, vielleicht können wir ganz grob erstmal was dazu sagen. Also die wollten ja, die Frage war ja so, sozusagen verhalten sich Ethik-ProfessorInnen moralisch besser als andere ProfessorInnen. Da ist schon sozusagen die, sehr spezifisch, die Gruppe sind halt ProfessorInnen. Also es geht jetzt nicht um, verhalten sich Ethik-ProfessorInnen besser als Hans-Günther von nebenan? Da muss ich leider schon dazwischen krätschen. Ja. Weil das liegt natürlich nicht, das ist nicht, die Frage ist, verhalten sich moralisch, Professoren, ProfessorInnen besser als andere Menschen. Aber weil man natürlich in so einer Studie Vergleichbarkeit herstellen will, muss man sagen, wir versuchen, das ist ja das Typische bei diesem empirischen Vorgang, dass man sagt, man sucht bei der Zielgruppe minimalste Unterschiede. Dass man sagen kann, wenn ich sage, ich frage mal hier Soldaten, ich vergleiche jetzt mal Soldaten und MoralphilosophInnen, dann würde man sofort sagen, ja, aber kann es nicht sein, dass Leute, die bei Militär arbeiten, eine bestimmte Einstellung haben? Und so, wie soll man denn das vergleichen? Oder ich nehme Leute, die bei der Kirche sind, was hat man für ein Bild von der Kirche? Deswegen muss man sagen, nee, ich nehme jetzt, ich will ja explizit den Einfluss der philosophischen Theorien messen. Und dann muss ich eine Vergleichsgruppe haben, die möglichst wenig sich davon unterscheidet, damit ich sagen kann, es geht so und nur so kann ich Ethik als Faktor sozusagen hervorbringen, als entscheidenden Faktor, sollte es dann da Unterschiede geben. Das stimmt, genau. Also da schreiben sie auch explizit, dass sie sozusagen zwei Annahmen tätigen. Die erste Annahme ist, dass Ethik-ProfessorInnen sich häufiger mit ethischen Themen auseinandersetzen, was ja so plausibel ist. Und dass sie das auch so auf ihren Alltag anwenden, also auf Alltagsentscheidungen. Das ist ja auch mit in dieser Prämisse drin. Und die zweite Annahme ist ja, dass sie in allen anderen relevanten Kategorien gleich sind wie andere ProfessorInnen, wenn es um moralische Entscheidungen geht. Also es soll nur dieses moralische Reflexionsvermögen sozusagen, das soll der Unterschied sein, dass die, dass Ethik-ProfessorInnen das eben häufiger machen, weil sie darin geübt sind. Das soll der einzige Unterschied sein. Und deshalb hast du natürlich recht, sind ProfessorInnen halt die Gruppe. Ja, ja. Und das sind ja echt zwei Vergleichsgruppen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, wir reden hier von Ethik-ProfessorInnen, von Philosophie-ProfessorInnen, die aber nicht Ethik-ProfessorInnen sind. Genau. Also zum Beispiel theoretische PhilosophInnen und dann nicht-philosophische ProfessorInnen. Genau. Das können alle möglichen Leute sein, wissen wir jetzt nicht. Genau, das heißt, wir haben drei Gruppen, die werden wir jetzt immer auch so nennen. Wir haben die Ethik-ProfessorInnen, wir haben die nicht-ethischen PhilosophInnen und wir haben die nicht-philosophischen ProfessorInnen. Richtig, genau. Und da haben wir eine eigentlich relativ große Gruppe von Leuten eigentlich, fand ich. Also wir haben 198 Ethik-Leute, 208 Philosophie-Nicht-Ethik-Leute und 167 Nicht-Philosophie-Leute. Genau. Das habe ich jetzt nicht zusammengerechnet, aber das sind ja ungefähr 200 pro Gruppe, also unter 600 Leuten, aber das ist eine große Gruppe. Genau, auf jeden Fall. Wahrscheinlich repräsentativ, ne? Ja, doch, doch. Also im Prinzip, das weiß ich gar nicht, so Fun-Facts aus meinem Psychologiestudium. Man kann Repräsentativität, das haben meine Leute mal gemessen, man kann im Prinzip sagen, ab 50 Leuten kann man schon eine Gruppe als repräsentativ bezeichnen. Also da muss man natürlich geschickt basteln, diese 50 Leute. Und es kommt natürlich auch die Fragestellung an, wie klein die sind und spezifisch. Aber je nach Fragestellung, die spezifisch ist, musst du ja nicht, alle Bereiche sind ja dann nicht entscheidend. Insofern kannst du eigentlich ab minimal 50 Repräsentativität herstellen und man sagt eben interessanterweise, auch typischerweise so ab 200 kann man fast schon Repräsentativität eigentlich naiv voraussetzen. Außer man hat sowas richtig Dummes gemacht wie, ja ich habe jetzt mal alle am Sonntag vor einer Kirche gefragt, das ist bestimmt eine repräsentative Gruppe. Oder ich habe 100 Leute auf der Straße gefragt, wie diese Sendung, die man... Ja genau, ich habe 100 Leute auf der Straße gefragt, aber ich war eben nur an einer Stadt, an einem Ort oder so zu einer bestimmten Zeit, auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich habe natürlich auch gefragt, was fällt hier zu Weihnachten ein? Ja genau, genau. Sehr offene Fragen. Genau, also schon eine repräsentative Gruppe, das Ganze hat 2009 stattgefunden und die ProfessorInnen arbeiten alle an amerikanischen Universitäten, also in den USA und haben alle eine Festanstellung. Ja, genau. Genau. Das ist sozusagen der Background. Ja und das Spannende vielleicht, wenn ich da kurz noch was sage, ich finde das, also ich wurde ja immer wieder darauf gepolt in meinem Psychologiestudium, wie eine gute Studie aussieht, wie gutes Studiendesign aussieht, dass das wirklich eine wissenschaftliche und fundierte Forschung ist. Und ich meine, ich hatte jetzt auch nichts anderes erwartet, aber es ist einfach eine sehr gut durchdachte Studie. Also ich finde, die ist wirklich sehr wasserdicht. An den Stellen, wo sie nicht wasserdicht sein kann, sagen sie zu Recht, hier können wir nicht wasserdicht sein, also nehmen wir an das und hier nehmen wir ein, also das ist ein typisches empirisches Arbeiten, was man an manchen Stellen einfach sagt, hier ist jetzt eine Lücke und wir können diese Lücke eh nicht stopfen mit realistischen Mitteln. Also ein banales Beispiel ist, dass die an manchen Stellen ja sowas schreiben wie, wir müssen die Leute jetzt halt selber fragen, ob sie ehrlich waren beim Ausfüllen des Fragebogens, auch wenn das komisch klingt, warum sollten sie, wenn sie unehrlich waren, an dieser Stelle nicht auch reden? Naja, das können wir niemals mit empirischen Mitteln herausfinden, also rechnen wir jetzt einfach damit, dass das zuverlässig ist, das müssen wir so machen. Was ich sehr witzig fand, ist, dass zwei von 110 Leuten gesagt haben, dass sie nicht ehrlich waren. Nee, zwei Prozent, dachte ich, oder? Ich glaube, zwei, in total, müssen wir nochmal nachgucken. Ja, ja, ja. Da kommen wir ja eh gleich zu. Ist auch egal, aber ich fand es sehr witzig auf jeden Fall. Ja, 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 aber das müssen wir, also genau, vielleicht müssen wir da, das müssen wir noch genauer erklären, wie diese Frage, ob sie ehrlich waren, zustande kommt. Ja, genau, wir sollten erst mal darüber reden, wie die Studie aufgebaut war. Genau. Also sozusagen zum einen, was waren die moralischen Themenfelder und dann, was war die Methode? Ja. Genau, vielleicht fange ich einfach an. Sie wollen ja herausfinden, ob EthikprofessorInnen sich moralisch anders oder besser verhalten. Genau. Und zwar sowohl in Bezug auf, was ist ihre normative Einstellung zu bestimmten Themen, als auch, wie schätzen sie sich selbst ein in Bezug auf dieses Thema und wie verhalten sie sich auch tatsächlich zu diesem Thema. Genau. Diese drei Sachen waren ja gefragt. Und es wurde durch Fragebögen vor allen Dingen gemacht, mit Selbsteinschätzung, aber auch mit so ein bisschen Verhaltensmesser, die je nach Frage unterschiedlich waren. Da müssen wir dann in Bezug auf die Frage einfach näher drüber reden. Fand ich aber ganz spannend, ob wir das gemacht haben teilweise. Genau, also im Prinzip könnte man sagen, also im Prinzip gab es neun Themen und ein Bonusthema sozusagen. Acht, oder? Ne, ich habe mir neun notiert. Ja, also das Bonusthema ist aber neun. Ah, stimmt. Eins, zwei, drei, vier. Ne, neun plus Bonusthema. Was? Da müssen wir jetzt mal mitzählen. Also ich habe acht. Ne, dann zähl doch mal leise, aber ich habe mir alle notiert. Aber ich habe, also es gab im Prinzip neun Themen und bei diesen neun Themen wurden sie eben, wir haben ja schon gesagt, ganz banal gefragt, ist das überhaupt moralisch relevant, jetzt um es sehr krass runterzubrechen? Also wie moralisch relevant schätzt du das ein? Ist das irgendwas, wo man... Naja, nicht moralisch relevant, sondern moralisch gut oder moralisch schlecht? Ja, ja, ja. Also wir haben eine Skala von eins bis neun. Eins ist moralisch sehr schlecht. Genau. Und neun ist moralisch sehr gut und 4,5 ist moralisch neutral. Ja, genau, und insofern ist das ja so, wie moralisch ist es, weil im Prinzip, wenn ich bei irgendwas ankreuze, ich gebe mal jetzt ein Beispiel, das muss zum Beispiel wählen gehen, also bei demokratischen Wahlen eine Stimme abgeben, ist das etwas, also wenn ich sage, ich habe heute gewählt, ich habe eine moralisch gute Tat gemacht, schätze ich es ja als moralisch relevant ein, wenn ich sage, ich habe heute gewählt und das halte ich für moralisch schlecht, warum auch immer, schätze ich es auch für moralisch relevant ein, wenn ich aber sage, nee, komm, also, ob ich da jetzt wählen gehe oder nicht, bin ich kein schlechterer Mensch, dann würde ich sagen, es ist moralisch mit Fragen, insofern ist das schon das, was da abgemessen wird. Ja, ja, aber eigentlich ist es ja die, wie gut oder schlecht ist, das ist ja das, was interessant ist. Nee, würde ich nicht sagen, ich habe die Spiegel so als Design verstanden, das ist natürlich, das ist immer der Trick bei diesen Sachen, die Frage, das ist viel leichter jemanden zu fragen, ist das moralisch gut oder schlecht und wenn sie dann sagen, hä, kann man sich das überhaupt fragen, na, ich kreuz mal die Mitte an, habe ich das rausgefunden, was ich eigentlich rauskriegen will, nämlich, ist das für die überhaupt eine Sache, die moralisch relevant ist für sie? Ja, würde ich aber echt widersprechen. Also, sie haben ja, sie haben explizit nach der, gefragt, das einzuordnen auf einer Skala von 1 bis 9 und das haben sie ja verknüpft mit den anderen Fragen, es geht nicht um die Relevanz. Ja, doch. Also, ich meine, sie haben ganz am Ende, haben sie ja, haben sie kurz über Relevanz geredet, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber eigentlich geht es darum, wie gut oder schlecht es ist, weil sie ja auch das verknüpft haben mit zum Beispiel EthikprofessorInnen finden es besonders moralisch gut, sich vegetarisch zu ernähren, tun es aber selber nicht und nur dann kannst du es ja miteinander verknüpfen. Ja, ja, genau. Und deswegen ist es dann die relevante Frage, ob es gut ist, vegetarisch zu essen oder ob es überhaupt moralisch relevant ist. Nee, aber moralisch relevant wäre ja auch moralisch schlecht in deiner These. Ja, ja, genau. Aber deshalb musst du ja die Skala, die totale Zahl der Skala haben. Ja, aber der Punkt ist ja sozusagen, der Punkt ist ja, dass ich sage, wenn es in der Mitte, wenn es zur Mitte hin tendiert, ist es ja irrelevant für mich. Das ist ein typisches Verfahren der Frageböden. Wir sollten es jetzt nicht in dieser komischen Diskussion verengen, sonst schweifen alle ab. Ja, ich würde sagen, ich bin halt klarer. Ja, lass uns mal die moralischen Themenfelder, vielleicht können wir ganz am Ende nochmal darüber reden, weil ich verstehe überhaupt, was du meinst. Ja, gerne. Also zähl mal deine angeblich neun Themenfelder auf. Genau, also ganz kurz. Die Leute wurden erst einmal gefragt, für wie schlimm würden, also sie sollen einschätzen, wie schlimm ist es, bei jemandem zu Gast eingeladen zu sein und dabei 1.000 Dollar mitgehen zu lassen. Fehl, ja. Genau, also klauen. Genau. Feft of 1.000 Dollar heißt es im Prinzip. Das ist Thema 1. Und interessant, das würde ich jetzt hier schon mal erwähnen, bevor ich das Thema weiter ausführe, ist bei solchen Untersuchungen auch immer die Reihenfolge bei diesen Fragebögen, das schreiben sie auch selber, dass sie diese Frage sozusagen wie so einen Anker an den Anfang gesetzt haben, um zu markieren, sozusagen, je nachdem wie die Leute das einschätzen, als wie schlimm oder wie gut sie es einschätzen, also ich meine, dass es jemand gut einschätzen ist, unwahrscheinlich, aber ob jemand da eher so, sag ich mal, sagt, das ist, naja, bei 1 wäre moralisch sehr schlecht und 9 wäre moralisch sehr gut. Wenn da jemand 4 ankreuzt, hat der ja vielleicht ein anderes Maß von Moral und was moralisch schlecht ist, als jemand, der eins anfängt und sagt, boah, das ist superschlimm, würde ich nie machen. Ja, genau. Also das ist sozusagen keine echte Frage, weil sie relativ sicher sind, dass alle sich einig sind und sie haben es auch nicht überprüft. Also sie haben jetzt keine Selbstüberprüfung der Leute gemacht, so, hast du schon mal gestohlen, 1.000 Dollar, als du zu Gast warst, das ist ein Quatsch. Sondern sie haben ja, glaube ich, explizit geschrieben, sie haben diese Frage genommen, um das äußerste Ende des moralisch Schlechten klarzumachen, was ich wieder sehr merkwürdig fand, weil ich dachte... Aber das tun wir dann recht diskutieren. Achso, ich dachte, wir diskutieren dann. Oder wollen wir jetzt schon das... Ja, komm. Wir haben angekündigt, wir wollen die neuen Themen einschätzen. Naja, gut, dann sag ich, ich zähle mit 1. Genau. Das zweite Thema ist einfach, ob man seine Mitgliederbeiträge bei einer wissenschaftlichen Gesellschaft bezahlt. Was eben dadurch lustig ist, also viele WissenschaftlerInnen sind ja in solchen Gesellschaften, da spendet man dann quasi Geld oder bezahlt Geld und kann dafür auch Tagungen oder kriegt irgendwelche Sachen günstiger oder so. Und weil diese Academic Society meistens oft nicht, sag ich mal, die sind ja nicht sehr krass dahinter, wenn jemand die Beiträge nicht bezahlt oder so. Man wird da nicht sofort rausgeschmissen oder die Polizei steht vor der Tür. Das heißt, viele vergessen dann, ihre Beiträge zu zahlen oder bezahlen sie dann doch nicht mehr über sich an. Und darum ging es dann halt, ob die Leute sozusagen... Irgendwie war ich auch schon wieder ein bisschen raus. Also das heißt ja eigentlich erst mal Mitgliedschaft, nicht das Bezahlen. Also der Marker ist ja Mitgliedschaft in einer akademischen Gesellschaft. Da war ich so, wie soll das Moral stattwand sein, wenn ich jetzt mit deinem Wort vorher rede. Achso, ja. Und dann später sagen sie das ja mit irgendwie bei Supporting, also Unterstützung, indem man Geld bezahlt. Aber es ist ja nicht, also so wie ich es verstanden habe, geht es nicht darum, ob man sein Geld pünktlich oder regelmäßig bezahlt, sondern ob man Mitglied ist. Achso, ja. Und da war ich so, hä, warum soll das Moral... Weil ich bin auch Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Es ist eine moralische Handlung. Ich finde nicht... Nee, nee. Ich bezahle mein Geld natürlich. Aber ich mache das aus rein egoistischen Gründen, weil ich nämlich in so Newsletter bekomme, wo alle Konferenzen drauf gehen und ich weiß, dass ich mich da bewerben kann. Also, das hat nichts mit Moral zu tun. Ich weiß nicht, ob es in Amerika anders ist, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden. Du hast ja so freiwillige Mitgliederbeiträge und die haben deshalb... Die haben ja gesagt... Das ist freiwillig. Also bei der Deutschen Gesellschaft für Philosophie zum Beispiel musst du das auch machen. Ja, ja, klar. Das ist ja was anderes. Aber da ist es quasi so, hey, wenn du bei uns Mitglied bist, wäre es cool, wenn du uns monatlich oder was ich jährlich, fünf Dollar spendest. Und die haben deshalb diese Akademien genommen, weil sie haben Kontakt mit ihr und haben gesagt, hey, könnt ihr uns mal Statistiken schicken? Das schreiben sie ja dann an der Stelle. Ja, ja, das ist klar. Und dann sehen wir, wie viele Mitglieder zahlen. Das habe ich schon verstanden. Genau. Aber das steht da... Also, das kam jetzt für mich in dem Text überhaupt nicht raus, wenn man das freiwillig bezahlen kann. Ja, ja, ja. Weil der Marker heißt Academic Society Membership. Und Membership heißt ja erstmal, ich bin Mitglied. Ja, ja, genau. Das hat ja nichts mit Geld erstmal zu tun. Und dann schreiben sie, jetzt kann ich ja nochmal schauen, ob ich das hier irgendwas falsch erzähle. Regularly paying membership dues to support one's main academic disciplinary society. Aber da kam jetzt nicht für mich raus, ob man das eh machen muss. Weil ich bezahle ja auch jeden Monat Geld oder jedes Jahr. Aber ich muss das ja machen. Das bin ich da nicht drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob das freiwillig ist bei diesen Societies, die sie sich angeguckt haben. Weil nur dann wäre es ja moralisch. Sonst verstehe ich das überhaupt nicht. Ja, aber ich denke so. Das muss so sein. Sonst würde es ja wirklich keinen Sinn machen. Vielleicht wissen wir das. So habe ich es auch verstanden, ehrlich gesagt. Ach so. Ich habe es überhaupt nicht so verstanden. Weil ich war richtig verwirrt darüber. Ja. Gut. Punkt. Wir haben es geklärt. Wir freuen uns nicht hier uns... Also es macht so und nur so macht Sinn. Und nur so vor dem Hintergrund verstehen wir es. Und ich glaube, über den Punkt werden wir auch nicht viel reden, ehrlich gesagt. Dann wählen gehen, haben wir schon gesagt. Das ist das dritte Beispiel. Das müssen wir, glaube ich, nicht weiter konkretisieren. Genau. Dann Kontakt mit der eigenen Mutter. Wie regelmäßig hat man Kontakt mit der eigenen Mutter? Das ist natürlich irgendwie interessant. Vielleicht Klammer auf. Sie haben auch die Ergänzung gemacht. Sollte die eigene Mutter verstorben sein, soll man so ein bisschen von den letzten zwei Jahren herrechnen. Das ist halt Stereotyp. Stereotyp moralisch. Ja, ja, ja. Dann vegetarisch sich ernähren. Das haben sie auch interessanterweise sehr stark spezifiziert auf Fleisch von Säugetieren essen. Aus verschiedenen Gründen haben sie das gemacht. Und das ist auch sehr geschickt, finde ich. Da können wir eventuell darauf eingehen, wenn es relevant wird. Dann, ob man für Organspende eingetragen ist und für Blutspende. Das ist aber auch als ein. Ah ja, du verstehst. Genau. Das haben die unter einen Punkt, aber es sind zwei verschiedene Punkte. Ja, es sind zwei verschiedene Punkte, finde ich. Weil Organspende ist ja, kannst du ja nicht live machen und sagen, doch, es gibt diese Fälle, wo man nie verspenden kann. Aber es geht ja dieses, ob ich eine Organspende ausweist, ist was anderes, dann kriege ich regelmäßig Blutspenden. Das finde ich nochmal ein anderer Eingriff. Und es ist da ja auch nochmal was anderes, weil in den USA offensichtlich, dass es auf dem Führerschein steht. Ja. Kommt ja in dieser Studie raus. Ja, ja, ja. Das heißt, ich denke mal, die werden aktiv gefragt. Genau. Nicht in Deutschland, wo die aktiv selber sein müssen. Genau, genau. Ja. Und dann ist das, finde ich, auch einen total guten Punkt. Ja. Nämlich Mails beantworten von Studierenden. Welchen Anteil von Mails von Studierenden beantwortest du? Ja. Wo ich irgendwie dachte, so, 100 Prozent. Wie die auch alle 100 Prozent gesagt haben und dann haben sie sie so getestet. Ja, ja, ja. Richtig gut. Und dann, das Letzte ist halt einfach Spenden im weitesten Sinne. Also Spenden an... Wohltätige Zwecke. Wohltätige, genau, für wohltätige Zwecke. Und dann kommt sozusagen die Bonusfrage und die ist nämlich, hey, hast du bei dem Ausfüllen dieses Fragebogens irgendwo mal gelogen? Genau, ehrlich, ehrlich war Antwortung von Fragen. Genau, genau. Genau, das sind dann sozusagen 8 plus 1. Ja, du hast recht, ich habe Blut und Organe. Ja, ist okay, kann man verstehen. Und dann, ja. Genau, also das sind sozusagen die moralischen Themenfelder. Findest du erst mal, dass das gute Marker sind und moralische Haltung auszugehen? Wir erinnern uns daran, die wurden gefragt, wie auf einer Skala von 1 bis 9, wie findest du das moralisch gut oder schlecht? Also bei manchen haben sie halt gefragt, zum Beispiel, wenn du keinen Kontakt mit deiner Mutter hast, wie schlecht ist das? Und bei manchen haben sie positiv gefragt, wenn du wählen gehst, wie gut ist das? Also es war manchmal moralisch gut, manchmal moralisch schlecht, je nachdem, wie es formuliert war. Dann haben sie eine Selbsteinschätzung gemacht, zum Beispiel, wie häufig im Monat ruft man seine Mutter an oder ihre. Und das Dritte war, sie haben manchmal so einen Test gemacht, zum Beispiel, einfach, wann hast du das letzte Mal deine Mutter angerufen? Natürlich ist das auch eine Selbstauskunft, aber es ist halt so ein bisschen, es ist nochmal ein größerer Punkt, da zu lügen vielleicht, als wenn man das jetzt monatlich einschätzt. Und das war so ein bisschen der Verhaltensmarker. Und bei manchen Sachen haben sie das auch real überprüft, zum Beispiel beim Wählen haben sie halt Wahlregister durchgeguckt, ob die Leute registriert waren. Das ist ja nun im USA noch mal so anders. Oder zum Beispiel beim Organspendeausweis kannst du ja auch theoretisch, nee, haben sie ja nicht gemacht, die haben ja einen Kürerschein gefragt, aber die Leute ja im Prinzip können sie ja selber abchecken. Aber genau, bei der Mitgliedschaft in den wissenschaftlichen Gesellschaften haben sie auch die MitgliederInnen Listen durchgeguckt. Ja, ja, ja. Und zwar in Bezug auf diese 8 plus 1 Themen, vielleicht, wo findest du, das ist eine gute Repräsentation vom moralischen Verhalten, würde ich nicht ganz zuerst fragen. Also alltagsmoralisch, wir reden natürlich jetzt nicht von krasseren. Themen, aber das sind ja so Alltagsthemen, darum ging es auch. Ja, also du hast jetzt eigentlich aus meiner Sicht zwei verschiedene Fragen gestellt. Ich versuche mal, und ich werde jetzt auf drei verschiedene Weisen auf diese zwei Fragen antworten. Oh nein, alle schalten schon ab. Genau, nee, ganz ehrlich, also es ist ganz, ganz schnell. Also es ist aus meiner Sicht intuitiv, es ist keine gute Abfrage von Alltagsintuitionen, was moralisch ist oder nicht. Für eine empirische Studie ist es eine verdammt gute Abfrage. Ja, genau, das müssen wir uns hier mal im Hinterkopf machen. Genau, und ich erkläre dann auch gerne, warum, falls ihr euch jetzt wundert, wenn ihr es euch selber auch gewundert habt, wie kann man damit jetzt moralisch sein überprüfen. Aber für eine empirische Studie ist das sehr, sehr gut durchdacht tatsächlich, finde ich. Und die dritte Variante ist, aber ich finde trotzdem, obwohl es sehr gut durchdacht ist, hat es eben, das hängt mit deiner ersten Frage zusammen, für Alltagsmoralisches, es hat eine, finde ich, sehr starke Gewichtung, die in so eine eigentlich schon philosophisch vorgebildete oder gebildete Richtung geht. Also allein durch solche Themen wie Organspende, wohltätige Spenden geben und vegetarisch leben, ich finde, das sind Sachen, wo man, glaube ich, im Alltag gar nicht auf die Idee kommt, als erstes zu sagen, das ist eine moralische Frage. Ich weiß, es klingt total komisch, warum sollte es nicht moralisch sein, dass man organisch spendet oder vegetarisch lebt. Aber ich glaube, für viele ist vegetarisch leben so eine Art Lifestyle und Organisch spenden hat auch was mit theologischen, also mit eigenen Glaubensfragen, mit der Haltung zum eigenen Körper zu tun. Aber nur ein Megatext. Man sagt nichts, man würde nicht sofort sagen, ja, das ist eine moralische Fragestellung. Wenn jemand kommt und sagt, pass auf, das hat doch auch was mit Moral zu tun, würde jeder Ja sagen, auf jeden Fall. Aber es wäre nicht sein erster Gedanke, Moral, was sind so typische Fragen der Moral? Stehlen, klar, vielleicht auch sich um die eigenen Eltern kümmern, deswegen dieses Mutteranrufen, auch ein tolles Beispiel, wirklich. Vegetarisch leben, würde ich schon sagen, ist gerade in den USA noch stärker als hier in Deutschland so ein Lifestyle-Ding und hat dann in zweiter Linie auch noch den Nebeneffekt, das Klima zu schützen. Aber das ist ja auch eine moralische Frage, das geht ja nicht nur um Tierleid. Ja, aber dann denken die Leute an Lifestyle, Umweltschutz und dass man dann sagt, weißt du was, das ist übrigens auch moralisch, dann sagen sie ja, aber sie denken nicht im ersten Moment. Das weiß ich nicht. Das würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, das ist mittlerweile relativ im Diskurs. In unserer Blase. Ja gut, aber du sagst ja auch nur, das wäre bei anderen Leuten, du weißt das ja auch nicht. Also ich glaube, also, komm mal, Organspenden, also wo ist das, das ist doch die, das ist doch eine typische moralische, das wird sogar in der Schule, musst du eine Erörterung drüber schreiben, ob Organspende, also ob das eine Vorschrift sein sollte oder dass du sozusagen aktiv dagegen nicht entscheiden musst. Ja, aber ich glaube, die Leute, die zum Beispiel sich nicht dafür entscheiden, einen Organspender aus Westen in Deutschland zu haben, denken halt nicht darüber nach, ob das eine moralische Pflicht ist, die denken ja über so etwas wie Körper, den eigenen Körper und den Umgang mit dem Tod nach. Ja, aber das sind doch auch moralische Fragen. Ja, aber das ist nicht, das ist eine moralische Frage, ob ich verbrannt werden will nach meinem Tod oder beerdigt oder mein Körper ganz bleiben soll, weil ich damit irgendwie, das gibt, weil ich vielleicht mein Glaube nicht vermittelt, dass ich damit so lange bin. Aber christliche Theologie hat ja auch eine ethische Intensivität. Ja, klar, aber... Eine christliche Ethik, die du dann an den Tag legen kannst und sagen kannst, ich möchte aber ganz bleiben, weil Gott das so will oder nicht, dass Leute das sagen, weil das aufgedacht ist. Also bei Organspender würde ich sehr davon ausgehen, dass sich die Leute bewusst sind, die sagen dann vielleicht, also es kann sein, dass sie sich das verdrängen und dass sie dann halt so sagen, ich weiß, dass es eigentlich moralisch richtig ist, Organe zu spenden, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe zum Beispiel. Das ist ja typisch, das ist ja die gleiche Sache mit dem Rauchen von ÄrztInnen, die wissen das eigentlich, machen es einfach nicht. Oder vegetarische Ernährung, ich glaube, die allermeisten Leute, die verdrängen das möglicherweise, aber wissen, es ist moralisch besser, sich vegetarisch zu ernähren. Ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. Vielleicht nicht... Also ich glaube wirklich, es ist ein sehr akademischer Blick, dass man da schon so reinfräst in diesen Bereich der eigenen Lebensgestaltung und sagt, hier, das ist aber eine absolut moralische Frage. Es ist eben... Also man kann es als eine solche perspektivieren, aber ich halte das im Alltag tatsächlich für eher ungewöhnlich. Aber was würdest du denn für Themenfälle nennen? Weil du machst ja... Also so typische moralische Fragen, wenn du Leute fragst, was ist moralisch, dann sagen die ja Stehlen, Töten oder vielleicht, wenn sie eher so angewandte Ethik, sagen sie vielleicht Abtreibung, Sterbehilfe und so. Aber wie willst du das denn überprüfen? Ja, aber was willst du denn da überprüfen? Die wollen ja überprüfen, ob sich EthikprofessorInnen moralisch besser verhalten oder ob ihre Haltung und ihr Verhalten konsistenter sind. Das ist doch eine gute Studie. Das sind die beiden Fragen. Aber was willst du denn bei Todesstrafe, willst du das denn testen, weißt du, zum Beispiel? Ja, die Haltung zur Todesstrafe. Man könnte ja quasi sagen, es gibt ja Parteien, die sichtigen, die italienischen Parteien... Also sehr weit weg. Ja, deswegen wäre es auch nicht für diese Studie geeignet. Und ich verstehe schon, warum sie solche Sachen wie Vegetarismus... Ich finde auch sehr viele Punkte davon problematisch. Vor allen Dingen, mein größtes Problem ist immer, das sind so... Voll viele Sachen sind so kontextabhängig. Und ich meine, die schreiben ja auch in der Beschreibung, also als die Leute angefragt haben, haben sie ja auch geschrieben, man soll versuchen, so relativ allgemein darauf zu antworten und nicht so Ausnahmen im Kopf zu haben. Und sie haben ja auch immer so ein Kommentarfeld gehabt, wo man sowas schreiben kann. Weil ich das richtig verstanden habe. Aber bei voll vielen Sachen bin ich so... Also diese Mitgliedschaft, wie gesagt, habe ich nicht verstanden. Offensichtlich ist das ja so ein Ding, an mir hast du ja versucht zu erklären. Kontakt mit Mutter, denke ich mir immer so, ja, was ist denn ein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter? Ich finde nicht, dass es moralisch intrinsisch gut ist, Kontakt mit seiner Mutter zu haben. Ich habe guten Kontakten mit meiner Mutter, ich liebe meine Mutter. Aber es gibt ja auch Leute, die haben schlechten Kontakt zu der eigenen Mutter. Ja, ja. Oder vielleicht auch aus guten Gründen. Warum sind die jetzt moralisch schlecht? Ja, aber die haben ja auch... Das ist ja zum Beispiel bei diesen... Je mehr es nicht nur darum geht, ist das moralisch gut oder schlecht, da sollen sie dann diese Zahl eingeben, aber später können sie auch Kommentare... Ich weiß, habe ich ja gerade gehört. Ja, und das soll man ja auch ausblenden. Und ich bin ja auch... Ich schaffe das auch, das auszublenden. Aber trotzdem habe ich mich dann immer gefragt, bei diesen ganzen kontextabhängigen Sachen, weiß ich nicht. Naja, die Schlüsselmethode bei empirischen Untersuchungen ist ja das sogenannte Operationalisieren. Das heißt, es gibt breite Begriffe, zum Beispiel eben moralisches Verhalten oder moralisch Handeln. Und die müssen operationalisierbar gemacht werden. Operationalisierbar heißt ganz banal, es in Zahlen verwandeln. Ja, also wie kann ich das in einen Zahlenwert übersetzen? Und wie wird dieser Zahlenwert maximal plausibel? Und bei denen ist die Idee eben, okay, wir gehen über diese verschiedenen neuen Punkte an dieses Thema dran und geben den Leuten dieses dreistufige Verfahren. Ist das für dich überhaupt eine moralisch relevante Fragestellung? Wie verhältst du dich da als Selbsteinschätzung? Und als Drittes dann eben, wenn sie da irgendwelche Gegendaten haben, zum Beispiel zu schauen, haben die wirklich gewählt, wenn sie sagen, ihnen ist wählen, richtig erzählt. Ja, ja, ich glaube, ich habe halt irgendwie, also es fängt halt schon bei mir an mit diesen Stehlen. Also wir haben eine Skala von 1 bis 9 und von 1000 Dollar von Leuten stehen bei denen zu Gast, das soll die extreme moralische Seite sein, damit die das testen können, damit sie gucken können, wie schlimm ist, wenig Kontakt mit der Mutter habe in Bezug auf Stehlen von Leuten. Und ich hätte halt, hätte man mich jetzt gefragt, wie auf einer Skala von 0 bis 11, von 1 bis 9, wie schlimm ich Stehlen finde, moralisch, hätte ich halt wahrscheinlich gesagt eine 3. Weil ich einfach das Gefühl habe, naja, 1 ist halt schon das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst moralisch, und das ist jetzt für mich nicht Stehlen. Das ist halt ein Massenmord zum Beispiel. Jetzt eine 2 wäre aber auch, zum Beispiel das Haus von jemandem abbrennen, finde ich jetzt schlimmer als jemanden... Ja, also wenn du Massenmord auf 1 setzt, dann frage ich mich, warum man 1000 Dollar still eine 3 hat, da würde es ja eine 5 geben. Ja, aber das ist ja genau mein Problem. Weißt du, dann fange ich schon mit 3 an, weil ich so denke, ich kann ja nicht 4 sagen, weil das ist ja fast neutral. Das muss ich 3 sagen. Und jetzt sag mal, was die Studie zu deiner Haltung sagt. Ja, ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt, weil im nächsten Satz stand sowas wie, Ethik-PhilosophInnen, ProfessorInnen neigen dazu, das weniger moralisch schlecht einzuschätzen als die anderen auf der Skala. Und die haben das halt damit erklärt, dass die so gewohnt sind, irgendwelche mörderischen Gedankenexperimente im Kopf zu haben, wenn es um Ethik geht. Und denken dann, okay, das Schlimmste ist auf jeden Fall irgendwie der Trolley-Case mit einer Million Menschen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich habe mich sehr erwischt gefühlt, weil ich dachte, ja, genau sowas bei mir auch, als ich das überlegte. Aber es ist trotzdem für mich ein Problem. Weil angenommen, ich mache das jetzt auch, ich finde, 3 ist für mich plausibel. Von 1 bis 9. 4,5 ist die Mitte. Du kannst jetzt denken, was du willst, aber ich habe intuitiv 4 gemacht. Ja, ich hätte auch 4 gedacht, aber 4 ist fast schon neutral. Das ist doch fast schon neutral. Aber du kannst doch nicht 1.000 Dollar stehlen, das ist moralisch neutral. Doch, pass auf, weil ich war bei Donald Trump zu Gast. Und da war dieser goldene Döffel. Nein, da steht, dass man das nicht mit einzählen muss. Was? Die haben doch geschrieben, man soll jetzt nicht so Ausnahmengeschichten machen. Deshalb darf ich ja auch nicht sagen, was ist, wenn ich einen schlechten Kontakt mit meiner Mutter habe. Oder was ist, wenn ich wähle und es gibt nur... Nein, du bist bei den nettesten Menschen der Welt zu Hause und kaufst denen 1.000 Dollar. Das ist die Geschichte, okay? Du musst bei der Geschichte bleiben. Warum haben die nettesten Menschen der Welt 1.000 Dollar zu Hause? Wieso nicht? Ja, das sind irgendwelche creepy Leute, die sagen, wir müssen zu Hause Geld aufheben. Du denkst jetzt moralisch, integere Leute haben kein Geld. Das ist alles eine komische... Nein, nein, ich denke, die haben halt nicht 1.000 Dollar irgendwo zu Hause versteckt. Ja, weil die den Banken nicht vertrauen. Ja, siehst du, und was stellst du dir für Leute vor, die Banken nicht vertrauen? Das ist doch keine netten. Ja, aber guck mal, mit den ganzen Zinsen und so. Ja, ja. Da musst du auch denken. Ich weiß, ich wollte dich noch ein bisschen provozieren. Also, hast du wirklich gedacht, es wäre eine 4? Ja. Wirklich? Ja. Aber das ist ja fast schon moralisch neutral. Ja, aber ich könnte mir so viel schlimmer aus vorstellen. Ja. Und deshalb habe ich 3 gewählt. So. Aber in Bezug auf Geld stehlen versus nicht auf studentische E-Mails antworten. und das ist halt, weißt du, also nicht auf studentische E-Mails antworten, finde ich schon schlecht. Ja. Das kommt mir fast komisch, weil das moralisch schlecht ist. Aber das ist schon irgendwie moralisch schlecht. Eher moralisch schlecht als neutral. Ja, ja. Also, es geht eher um so Werte wie Höflichkeit und Respekt, aber das sind ja auch moralische Werte. Kann man sagen. So. Jetzt würde ich, weißt du, und dann habe ich so ein komisches Gefühl, wenn Stehlen die 3 ist und nicht auf studentische E-Mails antworten, die 4, das ist so nah aneinander, wo das so weit auseinander ist. Ja. Und da habe ich so gedacht, ich kann das einfach nicht mit dieser Skala. Ja. Ich weiß nicht, wie die Skala funktioniert. Ja. Wie groß sind die Sprünge von, und deshalb, weißt du, deshalb bräuchte ich, glaube ich, also wenn, deshalb müsste ich, also ich bräuchte sowas wie, jemand sagt mir in der Studie, stell dir vor, 0 oder 1 ist jemandem Geld stehlen. Mhm. Nimm das einfach mal an, Rebecca. Nehmen wir an, das wäre das äußerste Ende der moralischen Skala und alle anderen Sachen sind im Minusbereich. Ja, ja. Über die kümmern wir uns aber nicht. Dann könnte ich darüber reden. Aber wenn ich das selber einordnen muss, dann komme ich total in Probleme mit diesen Einordnungen. Ja, ja. Weißt du? Aber ich kann dir wieder nur aus meinem Psychologie-Stilme sagen, hätten die Leute so ein Beispiel gesetzt, dann hätten sie die Studienergebnisse noch krasser verengt. Dann wären die Ergebnisse noch undifferen, also noch, wie ich sage, enger und gleicher, sodass man gar nichts daraus mit rauskommt. Ich glaube auch, du hast recht. Und stell dir vor, du bist jetzt, stell dir vor, du kriegst diesen Fragebogen und jemand sagt dir, und hier, 1.000 Dollar klamm ist zumindest die moralisch schlechteste Tat auf dieser Skala, dann bist du schon so in deinem Theorienmodus, was, hast du das moralischlechteste sein? Was ist damit? Was ist damit? Ja, stimmt. Und theoretisch musst du ja auch die Chance haben, zum Beispiel zu sagen, Fleisch essen ist schlimmer als Geldstiel. Das könnte man ja theoretisch vertreten. Ja, genau. Und die hast du ja dann ja nicht. Die habe ich dann nicht. Das stimmt. Das ist ja das Blöde. Ich sage ja nur, ich habe das irgendwie schwierig gemacht. Ja, aber ich habe merkt, deswegen meinte ich noch diese doppelte Antwort mit eigentliches, ich sehe an der Studie viele Probleme, aber als empirische Studie und in der, wenn man einmal sozusagen den Modus des empirischen Arbeitens gelernt hat, und ich habe das eben in meinem Studium gelernt, dann sieht man, das ist eine verdammt gut designte Studie, aber Fun Fact, ich arbeite nicht in der empirischen Psychologie, weil ich damit nicht gut umgehen kann, weil ich das dafür das für unklausibel halte. Also ich habe mich eben im Studium gemerkt, na, da geht zu viel schief, allein die Reihenfolge der Fragen, hier ist ja die Reihenfolge der Fragen auch reflektiert und wird ja auch bewusst eingesetzt, um bestimmte Sachen rauszufiegen und das finde ich gut, aber ich habe ganz oft Studien gelesen, wo ich dachte, oh Mann, hätte ich hier Item 2, also man ist dann immer Item, die ganz einzelnen Frageaspekte und Item 4 getauscht, hätte ich ganz andere Ergebnisse produziert, was zeigt, dass diese Studie schon eine bestimmte Schwerpunktlegung heimlich impliziert und das ist dann total schlecht und das können dann natürlich auch andere ForscherInnen kritisieren und sagen, hier war ein Fehler drin, aber das ist dann so diese Forschung, wo ich denke so, ey, nee, wäre im Team jemand klug ist gewesen, der irgendwie weiß, wie Kommunikation funktioniert, hätte man sich diese sechs Studien, die ganz toll zu einem Ergebnis führen, auch sparen können, weil die erste Studie schon direkt das reflektiert hat und das macht mich unendlich frustrierend. Ja, verstehe, aber also das Gefühl hatte ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass sie voreingenommen waren, die haben ja auch ein paar Mal geschrieben, dass sie zum Beispiel auf Konferenzen mit anderen geredet haben und haben die so gefragt, also mit PhilosophInnen, glaubt ihr, es gibt einen Unterschied und viele haben ja auch gesagt, ja, sie glauben das und sie glauben auch, es gibt zum Beispiel einen Unterschied, je nachdem, welche Ethiktheorie du angehörst, ob du zum Beispiel UtilitaristInnen bist oder DeontologInnen. DeontologInnen. Ja, das würde ich auch unseren HörerInnen erklären, was das heißt, wenn du solche Begriffe umschiedenst. Das ist ja im Grunde ein bisschen irrelevant, aber Utilitarismus oder Konsequentialismus wären so die Leute, die eher auf das Ergebnis einer moralischen Entscheidung gucken und nicht so sehr auf die Intention zum Beispiel, sondern sie gucken, was ist das beste Ergebnis, was rauskommen kann, das ist die moralisch beste Entscheidung. Also was heißt natürlich dann, was heißt das beste Ergebnis und so, und da kann man dann Untertheorien finden und so, aber es geht sozusagen um das Ergebnis. Und bei der Deontologie geht es eher um die Regel. Also man kennt ja wahrscheinlich Kant mit seinem kategorischen Imperativ, dass es sozusagen darum geht, dass die Regel richtig angewandt wird und dass die Regel moralisch richtig ist. Zum Beispiel, du darfst nicht lügen, ist eine moralische Regel und die sollte man anwenden und dann ist es egal, ob das Ergebnis der Lüge vielleicht besser wäre als das Ergebnis der Lüge. Das ist jetzt sehr krass zusammengefasst und ich hoffe, niemand, der, die sich gut damit auskennt, ist jetzt sauer auf mich, was das so kurz ist, aber so einfach, um das kurz zu erklären. Und witzigerweise haben viele halt, also viele Philosophie, Leute, mit denen die Leute der Studie sich unterhalten haben, gesagt, sie glauben, dass Leute, die deontologische PhilosophInnen sind, sich moralisch schlechter verhalten als UtilitaristInnen, was ich sehr interessant fand. Ja, spannend fand ich eben auch, dass sie... Aber das ist nicht rausgekommen in dieser Studie. Die haben überhaupt keinen Einfluss gefunden. Genau. In Bezug auf die Theorien, Ethiktheorien. Ja, ja, ja. Aber interessant, dass es diese Vorkonzeption gibt, sozusagen. Ja, fand ich auch interessant. Spannend fand ich eben auch, dass sie gesagt haben, das fand ich auch irgendwie witzig, das ist ein bisschen so typisch amerikanisch, wie ich das auch aus anderen Studienkanzik haben. Ja, wir haben einfach andere PhilosophInnen befragt, so, schätzt doch mal deine KollegInnen ein aus deinem Institut. Und dann denke ich so, boah, an E-Instituten ist so viel Drama und zwischen den Leuten, dass ich das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich manchmal irgendwie unsere Uniform, und wenn man da, also ich habe das Gefühl, manchmal habe ich, ich habe, als ich als Student für verschiedene ProfessorInnen gearbeitet und habe als Hilfskraft und manchmal dem einen was über einen anderen gesagt hat, so, ja, der hat ja auch das und das gemacht, dann sagen die, ach, das wusste ich gar nicht, ja, interessant. Du denkst, was, die arbeiten ja seit zehn Jahren mindestens zusammen und wissen sowas nicht, also die kennen sich oft gar nicht gut, weil sie einfach so viel zu tun haben, dass sie sich gar nicht in dem Kontext sehen und wenn sie sich gut kennen, hat es oft leider auch den Grund, dass sie eben wie viel aneinander geraten, weil sie vielleicht gegenläufige Meinungen bei der Organisation von Themen und Strukturen haben und haben sie ja natürlich auch ein sehr eingenommenes Bild, weil ich meine, kenne ich jemanden gut, den ich nur aus professionellen Berufskontexten kenne, ich würde sagen, ja, und vor allen Dingen dann einschätzend in Bezug auf die moralische Erhaltung oder Verhalten, also erst dann musst du dich natürlich fragen, schätzen alle eure ArbeitskollegInnen ein, ob das moralisch gute Menschen sind. Also erst dann musst du dich ja fragen, was heißt denn jetzt hier moralisch und das fragen wir uns ja immer, hier haben wir ja diese Marke, aber ich habe kurz, als ich das gelesen habe, kurz Panik bekommen, weil ich so dachte, wenn ich das jetzt jemanden fragen würde, ich wüsste gar nicht, was ich antworten würde, also nicht, weil ich jetzt moralisch schlechte KollegInnen habe, sondern weil ich das gar nicht einschätzen kann. Ja, genau, genau. Aber selbst wenn ich jetzt bei meiner Familie oder meinen FreundInnen das einschätzen müsste, finde ich auch schwierig. Finde ich auch. Also auch dich, glaube ich, ich müsste dich jetzt einschätzen. Dass ich moralisch für eine Person bin. Also ob du eine moralisch gute Person bist. Ja, genau das zeigt, finde ich, nämlich die Stärke von der empirischen Studie wieder, auch von Viktor Drüberlestern, weil, was würdest du dann... Ich bin doch überhaupt nicht über diese Studie. Nee, 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 aber wir sind ja mal in diesem Hin-und-her-Moment, irgendwie ist das blöd, aber irgendwie ist das gut. Und jetzt wollen wir mal zurückrennen zu irgendwie ist das auch gut, denn, angenommen, du wirst über einen guten Freund oder eine gute Freundin gefragt, ist das eine moralisch gute Person? Das habe ich nämlich in meinem Studium auch gelernt, dass man sagt, also doch, nee, ich hole zu weit aus. Aber der Punkt ist halt, wenn man sowas gefragt, dann merkt man immer an der Art des kommunikativen Verhaltens der Leute bei so Interviews oder so, wenn man zum Beispiel andere Leute einschätzt oder sowas, dann sagen die ganz oft sowas wie, ach, so genau kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber, naja, ich weiß zumindest, dass der ein Organspendeausweis hat und Vegetarier ist und dann kommen die nicht auf solche Themen, das ist ja das Coole. Genau, und du gehst in Bezug auf die Handlung natürlich, weil nur auch die Intention kennt man ja auch nicht. Oder wenn man jetzt so sagt, jemand hat die Intentionen. Ich kann schon kurz die Gedanken zu Ende sagen, weil das noch witziger ist jetzt und das ist super kontraintuitiv, also das denkt man nicht, wenn man bei solchen Interviews noch weitergeht und sagt, und sind Sie selber eine moralische Person, dann sagen die Leute total oft dann auch sowas wie, ja, das ist auch voll schwer zu sagen, obwohl sie ja Introspektionen in ihrer eigenen Gedanken haben, was ja sonst niemand hat und sagen könnten so, ja, manchmal nicht, fangen Sie nämlich auch an so über sich zu heben, als ob Sie eine dritte Person wären und sagen sowas wie, naja, ich habe ja auch einen Organspenderausweis und spende viel Geld und so und ich rufe auch meine Mutter, Hegelmiss, ich nehme jetzt nämlich die Beispiels der Studie, keine Ahnung, aber das sind nur Beispiele, um zu zeigen, selbst wenn Leute sich selber einschätzen, das ist total oft lustig, dann denken sie nicht darüber nach, welche Optionen sie noch hätten und was alles in ihrem Kopf vorgeht, sondern sie beziehen sich letztlich auf ihr Handeln und das ist oft eine gute Stärkung, um zu sagen, empirische Studien haben auch was Gutes für sich, weil letztlich, wenn wir solche Dinge beurteilen, solche Sachen wie Werte, so größere Kategorien, die abstrakt sehr schwer zu fassen sind, dann, wenn wir sozusagen, ja, die Pistole auf die Prust gesetzt bekommen und sagen, ja, ist das jetzt eine moralische Person oder nicht, dann gehen wir doch letztlich aufs Verhalten, auf beobachtbares, auf objektiv, oder von mehrheitlichem, auf einer Mehrheit beobachtbares Verhalten und deswegen ist nämlich, finde ich, diese Studie ist schon echt, echt ganz gut designed. Ja, also nur noch kurz mit moralisch meinst du immer moralisch gut, du machst den verkürzten Lebens, moralisch und damit. Ne, ich meine moralisch im alltagsprachlichen Sinne, du meinst moralisch gut. Und ich wollte es noch einmal, ja, ich wollte es noch einmal kurz präzisieren, ich weiß auch, dass moralisch, die Kurzform für moralisch gut ist. und ich wollte es noch einmal kurz, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt sagen muss, aber ich muss es einfach kurz sagen. Ja. Jetzt, aber stellen wir uns eine Person vor, Mitglied in einer wissenschaftlichen Gesellschaft, geht regelmäßig wählen, hat mehrmals im Monat Kontakt zur eigenen Mutter, ist Vegetarier, Vegetarierin, geht regelmäßig Blutspenden, hat einen Organspendeausweis, antwortet immer auf jede studentische E-Mail, spendet 10% des eigenen Einkommens und hat gerade diese Fragen ehrlich beantwortet. Würdest du schon sagen, moralisch gute Person, oder? Ja, aber ich würde nicht ausschließen können, dass das Hannibal Lecter ist. Ja, das stimmt. Nee, aber, also wir machen es natürlich ein bisschen lustig über die Kategorien, aber wenn man halt drüber nachdenkt, es ist halt auch schwierig, also das sind halt gute Kategorien in Bezug auf die Überprüfbarkeit. Man kann über einzelne Kategorien halt streiten. Es ist auch unterschiedlich gewichtet natürlich. Also bei Antwortbereitschaft auf studentische E-Mails ist ja eher so wirklich sowas wie Höflichkeit und Respekt, während halt Organspendeausweis hast du irgendwie das Gefühl, dass es halt nochmal ein bisschen moralisch besser ist, weil es halt natürlich Leben retten kann und so. Und weil du auch mehr, du investierst ja mehr sozusagen. Ich meine, gut, du bist ja tot. Theoretisch, ne? Oder zum Beispiel Spenden oder so, ist vielleicht nochmal was anderes, als jetzt in der wissenschaftlichen Gesellschaft Mitgliederbeiträge zu tragen. Also ich kann sofort, ich meine auch, also ich will vielleicht nochmal klarstellen, weil ich vorhin das mit der Organspende gesagt habe, dass man da vielleicht nicht sofort an was Moralisches denkt. Also das finde ich immer noch falsch. Schlag zum Kommentar. Ja, genau, ja. Aber ich würde trotzdem betonen, dass mir das schon klar ist und dass es natürlich bei Organspenden natürlich, also wenn man das jetzt in einem bestimmten Rahmen beobachtet, könnte man eben sagen, okay, der eigene Tod ist etwas, was einen sehr stark beschäftigt und wo man sehr, sehr, sehr auf sowas, auf so, sag ich mal, selbstbezogene Gedanken typischerweise fokussiert ist. Und deswegen meine ich das, dass man nicht sofort darüber nachdenkt, dass es was Moralisches ist. Und dann aber in diesem Moment selbstbezogen über den eigenen Tod nachzudenken, zu gehen, zu reflektieren, zu sagen, aber ich kann da ja noch was Gutes tun, indem ich Leuten was spende. Das ist offensichtlich was Moralisches Gutes. Deswegen ist es auch ein gutes Item, was hier gefragt wird, sozusagen. Weil ich glaube kaum, dass man eben weg argumentieren kann, dass es Moralisch gut ist, Organspende zu machen, sozusagen. Bei anderen Sachen kann man es schon ein bisschen weg argumentieren. Ja, ja. Zum Beispiel Kontakt mit der eigenen Mutter, falls du ein schlechtes Verhältnis hast. Ja, ja. Oder Mails mit den Studierenden, finde ich, auch. Also nicht im Sinne von, natürlich ist es irgendwie besser, wenn man Mails beantwortet, aber ich würde, ich habe das, also ich persönlich, da spielt Moral gar nicht rein. Das hat was mit Professionalität, mit Höflichkeit zu tun. Und ich weiß, dass im Alltag Höflichkeit und Moralisch sein nicht oft mischen. Aber ich finde, wenn man eben Sachen hat, wie Organspende und vegetarisch leben und damit das Tierleben schon schützen und Klima im weitesten Sinne auch noch und so, das Mails an Studierende war. Ja, aber dafür haben sie auch die Skala. Genau, ich weiß, klar. Aber da finde ich, das ist nämlich, das kommt wieder an mein Problem, jetzt pendle ich wieder zurück. Wenn ich eine Skala so breit mache, und diese Skala geht ja immerhin bei denen von 1 bis 9. Ja. Wenn ich eine Skala so breit machen muss, kann es nämlich sein, dass es unscharfe Hände gibt und dann diesen unscharfen Händen sozusagen die Sachen rauskippen. Und für mich würde ganz ehrlich Mails an Studierende rauskippen. Ich würde eigentlich da null hinschreiben oder irgendwie sowas. Nö, du kannst ja moralisch neutral, dafür ist moralisch neutral da. Aber ich würde ja gerne signalisieren wollen, das ist keine moralische Kategorie. Ja, aber guck mal, es ist schon, also, du hast ja gerade gesagt höflich und ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun, Studierenden zurückzuschreiben. Ja. Und Respekt und Höflichkeit sind doch moralische Werte, oder nicht? Aber ich finde, Höflichkeit ist genauso moralisch geboten wie Kontakt zu der Mutter. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist ja auch ein Punkt. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber da sagen halt viele Leute, ich meine, familiäre Beziehungen sind wichtiger als professionelle oder die hatte ich neun Monate lang im Bauch getragen und so ein Kram. Ja, ja, ja. Genau. Ja, habe ich mir das, wollte ich das oder was? Nee, keine Ahnung. Ich habe das ausgesucht. Ich finde, also ganz ehrlich. Nein, das sind offensichtlich, die sind anders gewichtet, aber dafür ist ja die Skala da. Natürlich ist die Skala wieder problematisch, habe ich ja auch gesagt. Ja, ja. Wenn du sagst, wie, was ist denn eigentlich die, was haben die Leute als bestes, als moralisch beste Sache? Das habe ich tatsächlich jetzt nicht im Kopf. Ich habe das auch anders aufgeschrieben. Also, wir gucken mal kurz. Ich muss mal ein bisschen hier mit meinen Notizen zuhören. Ja, du kannst gucken dann natürlich noch kurz, was lustig ist. Ich muss aber zwischendurch immer ein bisschen was sagen. Also, guck mal. Mitgliedschaft auf der Skala, haben die, wenn ich das richtig sehe, zwischen sechs und sieben. Finde ich sehr hoch. Ja, eben. Sehr hoch. Ja, ja, ja. Aber das ist, wählen ist sieben bis acht. Mhm. Aber auch da, also da habe ich ja auch so ein bisschen gefragt. Ich finde wählen schon wichtig. Also im Verhältnis zu der Mitgliedschaft in der Akademie. Ja, das schon. Das ist wichtiger. Auf jeden Fall. Aber das ist eben das Typische bei diesen Reihenfolgen. Aber findest du jetzt wählen per se ein moralischer Akt? Also, es geht ja nicht darum, eine demokratisch gute Partei zu wählen. Du kannst ja zum Beispiel auch eine undemokratische Partei. Ja, ja, genau. In manchen Ländern, ne? Oder ich meine, wenn du jetzt so einen bestimmten Präsidenten vielleicht gewählt hast in Amerika, du sagst dann, ja, ich habe moralisch gute Tat getan. Ich habe gewählt. Also, ich muss sagen, ich finde, ich bin tatsächlich, ich finde Demokratie ist ein sehr kluges System. Und deswegen würde ich sagen, lieber wählen als nicht wählen. Und ich weiß, und da bin ich quasi Deontologe. Also, ich würde sagen, das Prinzip ist mir hier wichtiger als die Handlung selbst. Und zwar nur an dieser Stelle, nicht im ganzen Leben oder auf alles bezogen. Und da würde ich quasi sagen, natürlich würde ich mir wünschen, dass die Leute anders wählen. Oder ich würde mir auch insgeheim wünschen, dass sie gar nicht wählen. Ja. Aber diesen insgeheimen Wunsch habe ich eben, das ist der Zwiespältige. Ich fühle mich auch schlecht, wenn ich das dann gewandene Leute. Ja, ich weiß es nicht. Genau. Und deswegen würde ich eben prinzipiell sagen, wählen ist eigentlich gut. Aber doch nicht auf einer Skala zwischen sieben und acht. Guck mal, 4,5 ist neutral. Dann würde ich fünf sagen oder so. Ja, aber das Problem ist, wenn du bei dieser Dings, bei wählen, kommt ja nach der Mitgliedschaft bei dieser Sache. Du musst du für 1000 Dollar klauen. Dann sagst du da eins bis drei. Okay. Dann kommt, und dann ist deine nächste Frage, Mitglied in einer akademischen, wissenschaftlichen Akademie oder so. Ja. Dann würde ich halt neu drei sagen, ehrlicherweise. Würde ich 4,5 sagen. Genau. Aber wie gesagt, habe ich schon echt nicht verstanden. Genau. Und jetzt kommt wählen. Dann mache ich fünf. Das ist für mich kein Problem. Okay, klar. Genau. Aber wenn du schon drei gemacht hast bei Diebstahl. Ja, problematisch wird es jetzt, also kein Kontakt, nicht regelmäßiger Kontakt mit der Mutter. Das ist jetzt Negativperspektive. Finde ich jetzt, also es ist auch so blöd zu sagen, ist das jetzt moralisch schlimmer als zu stehlen? Ja, genau. Das ist mir total komisch. Und genau das meine ich. Da macht die Skala keinen Sinn. Ja, aber ich wüsste es jetzt auch wirklich nicht. Ja, genau. Also weil dann würde ich sofort denken, naja, wenn ich jetzt einmal was stehle und vielleicht mache ich auch was Gutes mit dem Geld, dann würde ich sofort rationalisieren, warum ich das machen würde. Weil intuitiv will ich nicht sagen, dass es schlimmer ist zu stehlen, als keinen Kontakt mit der Mutter zu haben. Ja. Also ich weiß, aber das ist halt auch ein bisschen. Ja. Und man müsste, eigentlich müsste man, wenn man das ernst nimmt, müsste man mit den Leuten immer eins gegen eins durch. Ich müsste sagen, Diebstahl versus wählen. Diebstahl versus Mutter. Diebstahl versus Vegetarisch. Diebstahl versus Organstift. Diebstahl einfach rausgemacht. Diebstahl hätte nur diese Alltagsdinger gemacht. Ehrlich gesagt. Ja, ja, klar. Aber das ist ja auch ein sehr alltägliches. Das ist ja, ich verstehe schon, dass sie das als Anker nehmen. Ich hätte gar keinen Anker genommen, glaube ich. Ah, das brauchst du aber bei so einer Studie. Weil die Leute dann immer sagen, naja, wogegen wird das denn gemessen? Nee, ich hätte das erste Ding mehr da Mitgliedschaft gewesen. Hätte ich gesagt, 4,5. Dann würde ich heute sofort fragen, wo ist das überhaupt was Oral? Das habe ich ja auch gefragt. Aber du hast ja angeblich, geht es ja um dieses Geld. Ja, ja. Es geht ja um diese... Gut, da kann ich jetzt schwer einschätzen. Auf jeden Fall. Kein Kontakt, kein regelmäßigen Kontakt mit der Mutter ist zwischen 3 und 3,5. Also im moralisch schlechten Bereich. Aber viel weniger schlimm als stehlen. Ja. Genau. Und diese beiden im Verhältnis zueinander sind plausibel, klar. Und jetzt schmeißen wir noch irgendwie... So, wie haben wir es denn noch? Fleischessen war ja sehr unterschiedlich. Klar. Aber vielleicht kann ich dazu noch einen Fun-Fact sagen, wie diese Studien funktionieren. Ich denke, es gibt oft so Testfragen, wo man... Also eines der Beispiele haben wir eigentlich schon explizit erwähnt, nämlich dieses Leute fragen, wie sich andere verhalten. Also so ein typisches, was ich... So etwas mal als Beispiel für... Falls uns unsere Studierenden zuhören, wir haben ja manchmal so Frageböden über die Zufriedenheit mit dem Seminar. Und da ist eine der Fragen halt zum Beispiel, wie schätzen Sie ein... Also wie viele Stunden investieren Sie oder wie viel Zeit investieren Sie in die Nachbereitung dieses Seminars. Und dann können die Leute irgendwie ankreuzen von mir aus relativ viel Zeit. Also auf einer Skala von 1 bis 5, 4 oder 4. Und dann ist irgendwo anders, so fünf Fragen später, die Frage, was schätzen Sie ein, wie viel Zeit die anderen Studierenden investieren in dieses Seminar. Und dann kreuzen Leute auf 3 oder 2 an. Also schlechter. Und wenn man dann eben diese Schnitte der anderen Einschätzung versus die eigene Einschätzung nimmt, kann man sagen, ah, hier ist sozusagen ein Trick vorgefallen. Und ähnlichen Trick machen die ja bei dieser Vegetarismus-Sache, dass sie eben die Leute fragen, wie oft essen Sie durchschnittlich Fleisch pro Woche? Und dann sagen die Leute, zum Beispiel, ich glaube, die häufigste Frage war 3 mal, Angabe war 3 mal. Äh, nee, 4 bis 5. Ah ja, okay. Aber ich meine, nee, nee, pass auf, ich habe es mir notiert. Bei, ähm, bei, also, genau, es gab eine Gruppe, die hat zu 81% angegeben, dass es moralisch schlecht ist, äh, Fleisch zu essen. Und das sind weibliche Ethik-PhilosophInnen, die nach dem Jahr 1960 geboren wurden. Also 81% weibliche Ethik-PhilosophInnen, die, äh, junge Ethik-PhilosophInnen. Jüngere, jüngere, sage ich mal. Ja, ich meine, 1960 ist ja jetzt immer noch 50. Jetzt haben wir mal junge Frauen versus alte Männer. Genau. Da haben 81% angegeben, dass es schlecht ist. Und jetzt, äh, Männer, die vor 1960 geboren sind, geben an, zu 7%, dass es moralisch schlecht ist, äh, Fleisch zu essen. Und dann ist aber das Interessante eben, dass sie durch die, dann haben sie eben diese Frage, wie oft essen sie denn, äh, Fleisch pro Woche. Und dann haben sie noch die Frage, irgendwann dahinterher geschoben mit, haben sie gestern Abend Fleisch gegessen? Ja. Und dann, äh, wenn sie quasi durch diese, durch die Art, wie durchschnittliche Mahlzeiten sind, eben ausrechnen, wie plausibel ist es, dass so und so viele Leute angeben, sie hätten Fleisch gegessen, aber... Es kann ja, es kann ja sein, dass es nur einmal die Woche Fleisch isst, aber es war halt zufälligerweise gestern. Genau. Kann ja sein. Ja, genau. Aber es ist halt auch nicht so wahrscheinlich. Genau. Und dann kann man bei diesen Zufallsstatistikberechnungen sagen, wie wahrscheinlich ist hier ein Fehler oder so eine Unplausibilität? Und dann haben sie eben, äh, festgestellt, dass man eigentlich sagen müsste, von den 81, von den, äh, Ethik-Philosophinnen, jungen Ethik-Philosophinnen gesagt haben, es ist zu 81% schlecht, haben dann 38% auf jeden Fall Fleisch, äh, essen regelmäßig Fleisch. Das können sie dann sozusagen über die eigenen Angaben und diesen Fehlerquotient so ungefähr ausrichten. Ja. Genau, das war ja sozusagen auch der Verhaltenstest wieder so ein bisschen diese Frage mit dem gestern. Sie haben erst gefragt, wie moralisch, ähm, wie war es denn? Gut? Nee, genau, wie moralisch gut ist es, auf Fleisch zu verzichten. Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Äh, ich habe es mir nicht richtig aufgeschrieben. Meinst du diese Fleisch-von-Säugetieren-Geschichte? Wie, wie schätzen die den Verzehr von Fleisch? Genau, es ist die Frage nach dem Fleischverzehr und nicht nach vegetarischem. Ja, ja, ja. Das ist sozusagen in die Richtung. Also wie moralisch gut oder schlecht ist es, Fleisch von Säugetieren zu essen. Dann haben sie gefragt, wie oft man in der Woche Fleisch isst und zwar gilt dann aber auch Snacks, also auch so was wie ein Salami-Brot. Ja. Wie viel. Oh, ich kenne mal Salami. Genau, also nicht nur so zusammen. Viele denken ja einfach nur an Hauptmahlzeiten. Ja, genau. Wenn natürlich zum Frühstück ein Salami-Brot ist, dann ist das auch schon Fleisch natürlich. Und dann haben sie als drittes gefragt, was war die letzte Mahlzeit? War die letzte Mahlzeit Fleisch? Um das zu überprüfen, ob das Sinn macht, wie du gerade gesagt hast. Da ging halt viel auseinander. Also erstmal ging es auseinander, ich glaube, das ist das, was am krassesten auseinanderging, innerhalb der verschiedenen ProfessorInnen. 60% der EthikerInnen haben das auf die vier gesetzt. Also im moralisch schlechten Bereich, aber fast neutral. Das ist ja auch nicht so viel. Aber 45% der PhilosophInnen, aber nur 19% der Nicht-PhilosophInnen. Auf die vier. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied von 60% zu 19%. Auf jeden Fall, ja. Aber das Spannende ist ja, also das ist ja sozusagen die normative Einstellung dazu. Wie beurteilst du das? Aber das Verhalten hat sich halt nicht unterschieden. Genau, gar nicht. Das heißt, das ist das krasseste Auseinandergehen von Ethik-ProfessorInnen, von was finden sie richtig und was tun sie selber. Ja. Das ist halt krass. Aber das überrascht mich jetzt auch überhaupt nicht. Ja. Also ich dachte sofort, als du diese Rauchensache auch gesagt hast, dachte ich halt, für mich passt das am besten mit vegetarischer Ernährung und mit Spenden. Weil da glaube ich, in beiden Fällen, wenn man Leute fragt, dann sagen sie alle, vegetarische Ernährung ist moralisch besser, klar. Aber sie tun es trotzdem nicht. Genauso wie der Arzt, der raucht oder die Ärztin. Ja. Und auch mit wie viel Prozent oder wie findest du Spenden moralisch richtig oder auf wie viel Prozent würdest du spenden des Einkommens? Es würden auch viele Leute sagen, vielleicht zehn Prozent oder was weiß ich, oder fünf Prozent, klar. Und dann tun sie es aber selber nicht. Ja. Das ist für mich so, da habe ich schon erwartet, dass es ein krass aufeinander geht. Ja, ja, ja. Und ich meine, gut, der Blut spendet wahrscheinlich auch. Ja. Hätte ich auch gedacht. Witzig finde ich dann, wenn sie diese Selbst... Also ich würde mir das folgende Mal vorgestellt. Ja, so eine Moralphilosophin füllt diesen Fragebogen aus und gibt dann irgendwie an so, ja, Fleisch essen ist total schlecht. Dann blättert sie um, dann sieht sie die nächste Frage, wie oft isst du Fleisch? Dann muss sie schon sagen, ja, okay, okay, ich esse es eigentlich drei bis vier Mal. Ja, ist okay. Und dann blättert sie um. Und dann die nächste Frage, hast du gestern Abend Fleisch gegessen? Ja. Und dann sagt sie, verdammt, sie haben mich hier erfrischt, aber ich muss ja jetzt jagenkreuzen, weil es ethisch schlecht wäre zu lügen. Ja. Oder kreut ich doch nein an und dann blättert sie ganz zum Schluss, hast du in diesem Fragebogen gelogen? Ja, okay, ich habe gelogen. Ja, das ist so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fand ich super witzig. Nur, dass du das gerade erwähnst, dass man das Alter und das Geschlecht, dass du das gerade so in den Fokus gerückt hast, das kam halt sozusagen erst am Ende. Also die ganzen Studien über haben sie jetzt nur zwischen Ethik-ProfessorInnen, Philosophie-ProfessorInnen und Nicht-Philosophie-ProfessorInnen unterschieden. Und dann haben sie am Ende halt geguckt, okay, es könnte ja sein, dass Alter und Geschlecht eine Rolle spielen, also gucken wir das auch nochmal nach. Und da haben sie eigentlich keine Unterschiede festgestellt, außer eben bei vegetarischer Ernährung und bei Wählen, glaube ich. Also ältere Leute ernähren sich eher nicht vegetarisch und finden das auch nicht moralisch schlecht, Fleisch zu essen und sie wählen häufiger. Und dann haben sie nochmal nach Geschlecht geguckt und da war der einzige Unterschied bei vegetarischer Ernährung in der Haltung, dass Frauen häufiger vegetarische Ernährung für moralisch besser halten, aber es gibt halt im Verhalten keinen Unterschied. Deshalb hat Paul das gerade so ein bisschen rausgearbeitet, aber an sich ging es nur in diesem einen Absatz darum. Es war halt so witzig, das gegenüberzustellen, 82% der jungen Frauen finden vegetarische Ernährung gut versus 7% der Altenmänner. Das war sozusagen der extremste Unterschied, den sie in dieser ganzen Studie herausgefunden haben zwischen den Gruppen, denn eigentlich ist das Kernergebnis, das wollen wir nochmal festhalten und unterstreichen, es gibt leider, oder zum Glück, wie ihr auch immer ihr das seht, keinen wesentlichen Unterschied zwischen MoralphilosophInnen und normalen Menschen. Weder im Verhalten noch in der Konsistenz. Das Einzige, was man herausgefunden hat, ist, dass Ethik-ProfessorInnen manchmal eine krassere Haltung haben manchen Themen gegenüber, und zwar zum einen bei vegetarischer Ernährung und zum anderen bei Spenden. Aber da geht halt, geht die Konsistenz mit dem Verhalten halt krass auseinander. Also die verhalten sich genauso wie die anderen ProfessorInnen, sie haben aber eine krassere moralische Einstellung. Bei diesen beiden Themen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also man könnte die Studie eigentlich zusammenfassen, als MoralphilosophInnen sind genauso wie normale Menschen, aber sie sind zu einem bestimmten Teil mehr Jaji oder zu einem anderen Teil haben sie stärker ein schlechtes Gewissen, weil sie wissen, dass sie es falsch machen. Und das sind beides. Sie haben ein schlechtes Gewissen, sie sind deswegen Jaji. Die anderen wissen nicht mal, dass sie es falsch machen. Ich weiß es zumindest. Das fand ich mir total lustig, dass sie am Anfang so verschiedene Annahmen besprechen und sagen, was könnte das denn für Konsequenzen haben. Und abgesehen davon, dass man natürlich diese ganz naive Konsequenz hat, dass man sagt, hey, wenn du Moralphilosophie studierst und lehrst, dann bist du ein besserer Mensch. Das ist natürlich erstmal so die naive Annahme, die ja sozusagen auch hier in den Fokus gehört durch den Titel der Studie. Aber sie sagen, es gibt ja auch durchaus die Annahme zu sagen, dass man eigentlich, wenn man darüber Bescheid weiß, also sagen wir mal, ich habe ganz viel gelernt und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass man sagt, ich habe Moralphilosophie studiert, ich weiß, wie Menschen so ticken und deswegen kann ich auch vielleicht leichter damit umgehen, dass ich ab und zu so negative Gedanken habe. Also ich kenne das auch von mir, dass man manchmal merkt, also man lernt ja durch so etwas wie Psychologie, Studium durch ein geisteswissenschaftliches Studium, merkt man ja auch, okay, Menschen haben nun mal, das weiß ich, sind halt moralisch graue Wesen, das ist nicht so leicht und so und manchmal hat man komische Gedanken und denkt sich, wo kommen die her und damit muss man Leben lernen und aber das kann ja super schnell umkippen in so ein, in so ein Rechtfertigungsding, dass man sagt, so, ja, ja, so sagt, so wie wenn der Priester sagt, ja, das Fleisch ist halt manchmal schwach und dann schmeißt er sich irgendwie Alkohol rein oder so, genau, also im Prinzip, dass man sagt, weil ich weiß, dass der Mensch fehlbar ist, gebe ich mir selbst jetzt die Rechtfertigung, was zu machen, was ich eigentlich nicht machen wollen würde, wo also eben umgekehrt, statt zu sagen, weil ich es reflektiere, mache ich es nicht, ist es eher so dieses, weil ich es reflektieren kann, lasse ich es halt ab und zu ein bisschen zu, ja, genau, also Sie hatten ja diese verschiedenen Hypothesen und das, was du ja gerade angesprochen hast, ist ja so diese Rationalisierungshypothese, also dass man sozusagen, dass die philosophische Ausbildung nicht dazu führt, dass man sich besser verhält, sondern dass man die moralische Einstellung an das Verhalten anpasst, nicht das Verhalten an die Ausbildung, also so rum sozusagen, also dass du es im Nachhinein deine schlechte Tat zum Beispiel rationalisierst, also dass du zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie in diesem Thema, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass man sowas sagt wie, ja, ich spende jetzt kein Geld, weil ich weiß ja, dass den Leuten da eigentlich gar nicht geholfen wird und Ne, das lernst du ja nicht im Philosophie-Studium, was den Leuten nicht geholfen wird. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich live kenne aus meinem Leben. Ja, aber das meinte ich dann. Natürlich lernt man das nicht im Philosophie-Studium, aber du lernst ja, du lernst ja Sachen zu rationalisieren und weißt dann zum Beispiel, ja, eigentlich müsste man nicht mit Geld helfen, sondern mit strukturellen Mitteln und sowas, wenn du dich da mit politischer Philosophie auskennst und dann rationalisierst du vielleicht deine Haltung. Ich weiß, wir haben mal in einem Seminar einen Text gelesen, da ging es eben, also das war tatsächlich ein sprachwissenschaftliches Seminar, das ging eher darum, wie aktuelle Themen in Zeitungen diskutiert werden. Wir haben so einen Text eher als Beispiel gelesen und in diesem Text ging es um Veganismus und das wurde halt, der Text hatte einen interessanten Einstieg, also einfach, deswegen wurde er von dem Dozenten ausgewählt zur Analyse, weil der Einstieg eben so war, dass dort gesagt wurde. Wenn Sie jetzt jemand sind, also Sie, lieber Leser, liebe Leserin, wenn Sie jetzt jemand sind, der von vornherein sagt, Fleisch schmeckt mir so gut, ich kann darauf nicht verzichten, dann können Sie ab jetzt aufhören, weiterzulesen, denn Sie kann ich nicht überzeugen, warum es gut ist, vegan zu leben. Aber alle, die sagen, hey, vom Geschmack hier kann ich darauf verzichten, ich habe halt andere gute Gründe, alle anderen Gründe kann ich kicken sozusagen und kann Sie ihn rational weg argumentieren, warum Sie vielleicht doch es schaffen könnten, vegan zu leben. Und das ist natürlich ein spannender Einstieg für den Text und dieser Text war eine interessante Struktur, aber ich fand es witzig, dass dann ganz viele Leute diesen Text, wie ich dann auch in diesem Umwelopferung und kannte, dann so geswitcht haben als Begründung, so ja cool, jetzt kann ich nämlich immer sagen, so ja, weil also diese fluge Frau, die da pro Veganismus ist, hat mir ja jetzt quasi das Recht gegeben und dann konnten Sie es nämlich rationalisieren und konnten sagen, ja, also mir schmeckt halt Fleisch gut, da kann ich nichts machen und deswegen brauche ich ja gar nicht mehr die letztlichen Gründe hören, warum es gut wäre, vegan oder digitalisch zu leben. Weißt du, was ich meine? Sie haben es dann umgedreht rationalisiert. Ja, auch das lernt man ja nicht Moral. Ja doch, das sagen Sie ja sogar in der Studie, weil Sie sagen, dass es diese typische Rationalisierungsstrategie ist, zu sagen, ich folge einer Intuition. Nee, nee, aber das ist nicht die Rationalisierung. Echt? Also Sie haben ja verschiedene Thesen. Ja, ja, ich habe es falsch notiert. Und das ist eher die Epi-Phänomen-These, wenn ich es richtig verstehe. Ja, 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 genau. Also die Epi-Phänomen ist ja so eine Begleiterscheinung und die sagen sozusagen, die philosophische Ausbildung ändert nichts. Ja, ja, ja. Und da gibt es halt verschiedene Strategien und eine Strategie ist zum Beispiel einfach, du weißt, dass es richtig wäre, vegetarisch dich zu ernähren oder vegan, aber du machst es halt nicht aus verschiedenen Gründen. Aber deine Ausweichstrategie ist zum Beispiel einfach einen Witz darüber zu machen, über dein eigenes Verhalten. Also dass du es eigentlich weißt, aber du es nicht tust und du machst dann zum Beispiel einfach einen Witz daraus und versuchst dadurch abzulenken. Aber das hat nichts, wie Sie schreiben, das hat nichts mit Rationalisierung zu tun. Stimmt. Ja, okay, du hast recht. Ja, ja, ja. Ich habe das irgendwie alles in einer Kiste geschrieben. Ja, wir haben einfach beide schlechte Beispiele. Weil wir halt versuchen, also Sie haben ja auch selber ein Beispiel, irgendwas mit einem Buchstehlen, wenn ich mich recht erinnere, mit der Rationalisierung, aber ich dachte, es wäre halt witzig, eines zu nehmen von den Sachen, die die da haben. Ach so, meinst du, dass Sie festgestellt haben, dass die am längsten ausgeliehenen und zurückgegebenen Bücher sind die Ethikbücher? Nein, nein, nein. Das ist auch witzig. Das ist auch so ein komischer Fanfekt. Ja, aber ich glaube, man versteht es ja trotzdem. Also man rationalisiert es. Ja, also was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel sowas wie Lügen, also dass man sagt, also normalerweise sind Lügen schlecht. Es gibt natürlich Notlügen und so. Es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen ist Lügen das moralisch richtige, meiner Ansicht nach. Aber wir reden jetzt mal nicht über diese Fälle, sondern eine Person lügt und weiß aber, dass es schlecht ist und versucht sich das aber selbst zu rationalisieren, indem sie sagt, Lügen ist aber keine moralisch schlechte Handlung, weil das keine allgemeine Regel ist, weil es Ausnahmen gibt, weil es Notlügen gibt, weil es Situationen gibt. Wenn der Axtmörder auf mich zurennt, darf ich den natürlich anlügen. Und genau deshalb darf ich in dieser Situation Polizei, was? Genau in dieser Situation und deshalb darf ich genau in dieser Situation, die überhaupt nichts damit zu tun hat, lügen. Weißt du, so kann ich es mir vorstellen. Weißt du, dass deine eigene Lüge rationalisiert. Du hattest vor, wie der Axtmörder auf diesen Polizeistück und dann krassest es ihm zu entflüchten und der ruft dir daher, Lüge doch hin! Also sowas könnte ich mir vorstellen. Das meinen die, glaube ich, mit Rationalisierung. Ja, ja, ja. Genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch ein gutes Beispiel, ja. Genau. Jedenfalls kommen sie jetzt zu dem Schluss, das finde ich auch witzig, typischer Schluss für eine empirische Studie, dass sie sagen, okay, hat also philosophische Ausbildung Einfluss auf das moralische Verhalten? Also um es jetzt sehr banal zusammenzufassen und sagen, ja, es gibt hier drei mögliche Antworten. Und die eine Antwort wäre, die diese Studie zulässt, ist, nein, hat sie nicht. Sie hat überhaupt keinen Einfluss. Die zweite Antwort ist ein bisschen komplexe, nämlich sie hat sowohl einen guten als auch einen schlechten Einfluss, nämlich dieses teils werden Leute dadurch besser, teils werden sie aber dadurch schlechter, weil sie ja rationalisieren können. Also sagen sie ja, das könnte man daraus schließen. Das ist also ein typisches Ergebnis von unserer Schule, dass man sagt, wir bin nicht differenziert genug untersucht und deshalb könnte es teils einen guten, teils einen schlechten Einfluss haben, da müssen wir genauer unterteilen. Oder sie sagen einfach, naja, wir sind vielleicht von falschen Annahmen ausgegangen, wir müssten das Ganze ein bisschen anders auch zum Differenzieren. Genau so, ja. Und da müssen wir halt weiterforschen, sozusagen. Also sie haben keine, also was sie, sie haben nicht rausgefunden, dass es einen Unterschied gibt im Verhalten und in der Selbstbeschreibung. Das heißt, es stimmt schon mal nicht oder zumindest nicht in dieser Studie, dass die philosophische Ausbildung automatisch dazu führt, dass sie sich besser verhältst. Das haben sie rausgefunden. Ja, ja. Aber ob das jetzt, ob eine dieser anderen Hypothesen stimmt, sowas wie philosophische Ausbildung führt nicht zu besserem Verhalten, sondern dazu, dass du dein Verhalten besser rationalisieren kannst, kann natürlich sein, zuwillig, wurde ja auch nicht gefragt. Kann auch immer noch ein Epiphänomen sein, eine philosophische Ausbildung ändert überhaupt nichts daran. Oder vielleicht war es Studien, wie sie seien auch, das weiß man ja. Ich meine, was da zum Beispiel, also die hatten ja EthikprofessorInnen, dann hatten sie Nicht-Ethik-PhilosophInnen und Nicht-PhilosophInnen. Ja. Aber sie haben ja nicht überprüft, wenn ich das richtig sehe, ob die Nicht-Ethik-PhilosophInnen eine ethische Ausbildung hatten. Also Leute, die Philosophie-ProfessorInnen sind, haben ja auch eine ethische Ausbildung. Eben, ja. Wahrscheinlich. Und auch jemand, der in der Politikwissenschaften prof. ist, hat vielleicht auch Philosophie. Genau, du hast ja meistens zwei Fächer studiert. Aber ich glaube nicht, das hätte, dass das einen wesentlichen Unterschied bei dieser großen Gruppe gemacht hätte. Dann kommt ja wieder Repräsentativität rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ProfessorInnen sind halt auch Leute, die eh viel reflektieren möglicherweise. Ja, ja, ja. Und warum nicht auch über moralische Dinge? Ja, aber dann kommst du natürlich bei so einer Studie auch sofort in die Frage, was ist denn da die nächste Minimaldifferenz? Was wäre so die nächste Gruppe, die du als vierte Gruppe hinzunehmen könntest? Ja, ja, klar. Zum Beispiel Ärzte. Die haben auch eine akademische Ausbildung, aber keinen universitären Lehrberuf, der sie dann zu viel Reflexion zwingt. Aber sie sind jeden Tag mit vielen moralischen Sachen konfrontiert. Weißt du so? Und dann wird es immer schwieriger. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass diese... Ganz kurz, weil ich würde jetzt gerne überleiten zu einer Wirkung, ja quasi das für mich, die könnten wir so als Abschlussfrage diskutieren. Nämlich, wie könnte man diese Studie besser machen oder noch anders gefragt, weil wir sind ja keine empirischen ForscherInnen, aber wir könnten ja sagen, wie könnte man die Frage, ob Moral-PhilosophInnen sich auch wirklich moralischer Verhalten anders testen. Ja, schwierig, ne? Ja, gibt es einen besseren Weg, das zu überprüfen? Das finde ich halt total spannend. Also, wie gesagt, ich finde halt diese Studie für schon einen relativ guten Versuch. Ich finde es auch witzig, dass die Autoren... Genau, dass die Autoren sagen so, ja gut, von diesen drei Lösungen, die es gibt, dass es keinen Zusammenhang gibt, dass es keinen Zusammenhang gibt, ist das, was von den Daten am stärksten nahegelegt wird, weil sie eben so dicht beieinander liegen. Ja. Aber es wäre... Und das schreiben sie dann so, aber es wäre leider auch die langweiligste Antwort. Ja, auf jeden Fall. Deswegen gehen wir mal aus, dass die zweite oder dritte eher stimmig sind, nämlich, dass es entweder dieses Gute und Schlechte irgendwie gemischt ist, dass man weiter differenzieren muss oder dass man sogar noch weiter unter differenzieren muss, wenn es ein paar Unterpunkte mit... Wir könnten ja sozusagen Untersuchungen machen, überhaupt andere Sachen zu testen, wie, was weiß ich, was für diese Leute überhaupt unter moralisches Verhalten fällt oder so, damit wir diese Skala-Sache kicken können und dadurch vielleicht schärfer auf bestimmte Aspekte eingehen können. die haben ja so schön so Vorstudien gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben ja zum Beispiel, wie war das, Sie haben zum Beispiel geguckt, ob auf Philosophie-Konferenzen Ethik-ProfessorInnen häufiger ihr Registrierungsgeld bezahlen oder sowas. Da kam ja auch kein Unterschied raus. Dann haben sie untersucht, ob die sich höflicher verhalten. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber ob die Leute sich höflicher auf Philosophie-Konferenzen verhalten, fand ich super witzig, würde ich auch gerne... Da hat sich Schwitzgebel als so eine alte Dame verkleidet und nach dem Sitzplatz gefragt. Und dann haben sie aus irgendwelchen Gründen geguckt, wie viel Müll PhilosophInnen hinterlassen und haben immerhin rausgefunden, dass UmweltethikerInnen weniger Müll hinterlassen. Das ist ja auch schon mal was. Das ist so ein Markenzeichen von denen. Dieser Wald ist sauberer nach dem Picknick als vorher. Das war bestimmt UmweltthetikerInnen. Also das scheint ja offensichtlich ein Ding von Schwitzgebel zu sein, dass er das unbedingt rausfinden will. Und er hat ja auch, weil hier kann man ja vielleicht sagen, vielleicht war die Fragebögensache einfach blöd, weil das ja eine Selbstauskunft ist. Man hat ja auch eine Diskrepanz teilweise gefunden zwischen der Selbstauskunft und dem Verhalten. Aber die haben sie ja versucht, durch diese Testfragen zu kicken mit wie viel Fleisch isst du, hast du gestern Fleisch gegessen. Ja, aber das hat trotzdem eine Selbstauskunft. Ja, aber er sagt ja auch, die Selbstauskunft, sagen sie ja zu Recht, hat ja auch Vorteile, dass sie zum Beispiel Zugriff auf Informationen haben, über die sie anders nicht Bescheid wissen. Zum Beispiel, für welche Art von philosophischer Schule hältst du dich? Oder würdest du dich zuordnen? Das kannst du ja nicht anders testen, als dass die Leute sagen, ich sehe mich als Vertreter der deontologischen Position. Ja, aber das haben sie ja nur am Ende nochmal dann zugefügt, weil es ja diese Hypothese gab, dass zum Beispiel deontologInnen moralisch schlechter sind. Aber da kam ja nichts raus, haben wir vielleicht vergessen zu sagen. Das ist auch noch eine schwierige Sache bei Fragebögen, nämlich andere ausgebildete WissenschaftlerInnen zu fragen, wie natürlich, längst in einem Studium mindestens, sage ich mal, zwei, drei Mal mit dem Konzept der empirischen Forschung konfrontiert worden sind und wissen, wie das funktioniert. Das heißt, du musst die Fragebögen sehr geschickt gestalten, damit die Leute eben nicht schon wissen, was sie ankreuzen, nicht das ankreuzen, von dem sie denken, was sie ankreuzen sollen. Die haben ja auch coole Sachen damit reingebracht, dass sie zum Beispiel das Wählerverzeichnis durchgeguckt haben, dass sie geguckt haben, wer wirklich in den wissenschaftlichen Gesellschaften ist, worüber wir nicht geredet haben, ist, dass es ja auch so eine Möglichkeit, also wenn man die Hälfte der Leute, die teilgenommen haben, haben die Möglichkeit bekommen, wenn sie die ganze Umfrage ausfüllen, spenden, zehn Dollar spenden zu können. Da wollten sie so ein bisschen gucken, ob die Spenden, also ob die Aussicht darauf, dass man Geld spenden kann, dazu führt, dass man den Fragebogen eher ausfüllt zum Beispiel. Also sie haben da ja coole Tricks so gemacht, da kam ja trotzdem nichts raus. Und was ich halt sagen wollte, sie haben ja diese anderen Sachen gemacht, wie auf Philosophiekonferenzen zu gehen und zu gucken, wie höflich sich Leute verhalten oder so, da kam ja auch nichts raus. Deshalb, also weiß ich nicht, ob das Studiendesign jetzt, also... Nee, das Studiendesign wüsste ich auch nicht zu verbessern. Deswegen meinte ich, ob man irgendwie ganz anders da drangehen könnte. Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Rangehen sozusagen, wenn man jetzt untersucht, wie viel Müll Leute hinterlassen. Ach so meinst du das? Das ist ja, das ist ja eine andere empirische Technik als eine Fragebung. Das ist ja wirklich Feldforscher oder keine Ahnung, wie man das nennt. Aber ich finde das, wie gesagt, das ist eine geschickte Studie. Ich meine zum Beispiel auch, was du sagst mit diesen Spenden, das wäre ja total geschickt gemacht, sodass man auch nicht, da nichts einzuwenden hat. Sie haben das Geld auch tatsächlich gespendet. Sie haben... Viel Geld zusammengebracht. Ja, 2880 Dollar, haben sie gesagt. Aus komischen Gründen habe ich mir das gemerkt. Das ist cool. Ich wusste auch, dass es 2000 irgendwas ist. Ja, und sie haben sogar den Leuten die Wahl gegeben, bei welcher, bei echt einer Krisenauswahl an verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen. Da kam jetzt nichts Spannendes raus an sich. Genau. Leider, sonst hätten wir da noch drüber reden können. Aber das war auch, ist eine interessante Sache einfach. Genau. Von mir. Ich meine, man kann sicherlich über die Kategorien streiten, aber, und über diese Skala, aber wenn du mich jetzt wirklich fragen würdest, wie würde ich es besser machen? Ich habe keine Ahnung. Das wüsste ich nicht. Was würdest du als moralischen Standard setzen bei der ersten Frage, statt dem Liebstahl von 1000 Dollar? Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt machen würde. Achso, ich soll den Standard setzen. Das ist das Schlimmste. Irgendwie so diesen Anker setzen. Also ich würde halt, ich würde wirklich so Alltagssachen nehmen. Weil wir reden hier nur über... Liebstahl von 1000 Dollar. Ja, das ist ja kein Alltagsding. Weißt du? Wir reden hier nur über alltägliche Sachen. Jedes dieser Sachen betrifft mich selber. Ich muss mich entscheiden, jeden Tag, ob ich Fleisch esse oder nicht. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, ob ich meine Mutter anrufe. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, ob ich Studierenden antworte und solche Sachen. Gut, jetzt Organ. Ich muss mich jeden Tag entscheiden, ob du Blutspenden gehst. Oh, nicht schon wieder. Ja, aber ich muss mich zumindest... Man kann ja... Ich weiß. Man kann es als regelmäßige Sache zum Beispiel einstellen. Genau. Du bist total recht. Aber ich entscheide mich ja eher nicht jeden Tag, ob ich 1000 Dollar stehe. Deshalb, ich würde irgendwas... Also wenn es wirklich darum geht, das Moralschlechteste zu haben, aber innerhalb von diesen Alltagssachen, sowas müsste man finden. Das wäre dann halt... Ja, bin ich gespannt. Ich finde das echt schwer. Ich finde das wirklich schwer. Ich will auf einer Philosophie-Konferenz über Umwelt zu hinkommen. Ja, genau. Nein. Keine Ahnung. Das will ich doch nicht so unterdrücken. Das will ich kurz überlegen. Ich bin nur die Denkfrau. Also ich muss mal kurz überlegen, was wäre das Schlimmste auf dieser Skala für mich. Das ist halt auch schwierig, ne? Ja, klar. Also auf dieser Skala ist vielleicht tatsächlich Fleisch essen das Schlimmste, oder? Ich weiß nicht genau. Was ist, wenn man zum Beispiel so etwas Abstraktes machen würde, wie etwas tun, obwohl man weiß, dass man damit einen anderen Menschen tief verletzen wird? Vielleicht irgendeine Art von Lüge. Vielleicht könnte ich mir das vorstellen. Aber das müsste eine sehr spezifische Lüge sein. klar. Genau. Das ist ein konkretes Beispiel. Das meine ich. Das ist nämlich eine der Sachen, die ich immer total spannend fand in meinem Studium, dass man bei solchen Items immer dazu gepusht wird, konkrete Sachen zu nehmen. Und ich habe gesagt, aber was ist, also ich habe immer gesagt, wieso wird denn, das fand ich mich schwierig an diesen Skalen, dass man sagt, nee, wir nehmen was Konkretes, wie jetzt Diebstahl von 1000 Dollar, aber wieso könnte ich nicht so etwas mit schreiben, wie eben etwas tun, was einen Menschen tief verletzen würde, obwohl man weiß, dass das der Fall ist. Das könnte ich ja hinschreiben. Und dann wurde ich ganz oft, wenn ich solche Vorschläge gemacht habe, so in meinen Mini-Studien, die ich da als Student gemacht habe, die niemals, also die nur im Seminarkreis gemacht worden sind, wurde ich dann immer eben kritisiert und habe gesagt, nee, die Offenheit sollen Sie in die Skala übertragen, nicht schon in der Frage mitschleppen. Und ich dachte so, ja, ja, klar, aber ich habe irgendwie gedacht, wieso können die Leute nicht zum Beispiel dann sagen, wieso kann ich das nicht auch offen lassen, dann denken die sich vielleicht, das ist eine Lüge, vielleicht lasse ich sie sogar eine Lüge hinschreiben. Das ist wirklich das zu, da ist zu viel Wagnis drin, glaube ich. Aber wieso? Irgendwie ist es doch auch die Definition des moralisch Schlechten, oder? So finde ich. Aber es kann ja alles sein. Das Alltagsmoralisch. Aber es kann ja alles sein. Ja, ich kann mir aber sich deinen Joghurt wegnissen. Du kannst mir meinen Joghurt wegessen und du kannst mich die Klippe runterstücken. Ja, aber der Punkt an meiner... Aber wie sollte das die Skala feststellen? Pass auf. Und der Punkt ist aber nicht, was du machst, sondern dass du es im Wissen dessen machst, dass du jemand anderen damit verletzen wirst. Das ist immer das Gleiche. Das ist nicht gut. Es geht ja darum, die Skala zu kalibrieren. Das ist ja die Frage. Und das heißt, ich muss die Leute, die die Frage auswerten müssen, aber wissen, was ich mir gedacht habe. Ja, das können die Leute dann auch noch hinschreiben. Ach, du willst es dann auch noch hinschreiben. Ja, das ist doch komisch. Bei den anderen Sachen schreibst du ja auch nichts hin. Ja, aber es ist ja auch die Skala-Kalibrierung. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, aber es ist natürlich schwierig, wenn es eine spezielle Lüge ist. Vielleicht so etwas wie, jemandem versprechen, dass man zu seiner Geburtstagsparte kommt, obwohl man weiß, man wen nicht. Ich wollte auch Versprechen witzigerweise sagen, aber dann dachte ich, ich wollte sagen, Versprechen beim Umzug zu helfen, ist da nicht tun. Aber das ist jetzt nicht das Schlechtste, was ich mir vorstellen kann, was jemand macht. Aber es muss ja nicht das Schlechtste sein. Man kann ja auch dann da rum, weißt du, dann überlegst du, ist jetzt Fleisch essen schlimmer, als jemand mich beim Umzug zu helfen? Das ist auch abstrus, darüber nachzudenken. Also ich finde es weniger abstrus, als mit dem Geldsteher, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Weil es sollte was Alltägliches sein. Und jemanden, ich meine klar, dann kommen auch wieder so Gedanken wie, ja, warum helfe ich dem nicht beim Umzug? Bin ich krank? Dann ist es nicht so schlimm. Aber du müsstest dann so etwas machen wie, jemandem versprechen, beim Umzug zu helfen und es nicht zu machen, um Sex in the City zu gucken. Das ist natürlich zu konkret. Ich finde, man kann es ja schon konkreter machen, wenn man sagt, jemandem versprechen, beim Umzug zu helfen, im Wissen, dass man es nicht machen wird. Das finde ich toll. Ja, aber da fragt man sich auch wieder, warum nicht. Ja, aber ich finde, das ist schon klarer irgendwie gefasst, weil es ist ja so, weil man da wird man ja quasi, damit würde man sich ja selber, da hat man ja sozusagen in dieser Geschichte, wenn man das jetzt ernst nimmt, weiß man ja schon, und dass man was Schlechtes tun wird. Unabhängig davon, ob ich sage, da will ich lieber im Bett rumliegen, Netflix gucken oder ob man denkt, da bin ich schon hart. Ja, das ist ja schon wieder deine Geschichte von jemandem etwas antun und dem Wissen, das ist der anderen Person. Ja, ich weiß. Aber weil ich das finde ich schon, also weil ich finde, das ist ein gutes, das ist, finde ich, eine der Kernsachen in der alltagsmoradischen Fragen, die man so hat. Dass man manchmal irgendwie denkt, so, ah, Mann, ich weiß, das wird irgendwie bei der Person blöd rankommen, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich Lust habe. Vielleicht ein Kind, ein Lolli-Clown. Warum? Aber das ist für mich schon so bezeichnend. Ja, aber das ist auch so ein Zeichentrick mit, also nicht Zeichentrick, aber Kontakt mit der eigenen Mutter ist auch so stereotyp-moralisch. Ach komm. Ja, warum ist es nicht der Vater? Warum ist es direkt die Mutter? Also ich hätte fast Oma gedacht eher, aber da das ja ältere Leute sind, die das ausfüllen, nämlich ProfessorInnen, ist es natürlich die Mutter. Ja, ja, ja. Aber würde man das StudentInnen sagen, wäre es sofort die Oma. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist nur die Oma statt die Mutter. Oder? Ja, ja. Weil das ist ja auch egal. Aber weißt du, es geht ja darum, das äußerste Ende zu nehmen. Und ich finde, das äußerste Ende ist für mich ein bisschen im Alltagssinne, dem Kind einen Lolli zu klauen. Weil das ist ja auch wahrscheinlicher, als jetzt Geld zu klauen. Das ist komisch, dass ich aber, aber ich finde, selbst da kann man ja so Zweifel einbauen, sozusagen, okay, wenn das Kind so klein ist, dass es nicht mal realisiert ist. Ja, aber das ist ja gut. Aber wenn das Kind das nicht realisiert, ist es ja fast noch besser. Weil dann, dann ist es ja sozusagen nur der eigene Moralsinn, der sich davon abhält. Weil das Kind wird das nicht mitkriegen, die Mutter guckt gerade weg, oder der Vater? Ja, würde ich es sofort machen. Eber? Nein, aber Quatsch, ich will es nicht machen, aber ich habe das Gefühl, das ist für mich fast schon hier moralisch belanglos. Was? Ja. Du bist ein Kind, dem Lolli zu klauen, moralisch neutral? Also ein Baby, was es nicht merkt. Also ich meine, Baby ist ja Quatsch, weil Baby ist ja kein Lolli. Ich finde es nicht moralisch neutral. Aber so ein Kind im Kinderwagen. Also ich finde es nicht moralisch neutral. Natürlich ist es irgendwie negativ, aber das ist auch so. Das wäre bei mir so eine knappe Vier. Was? Ja klar, wenn das Kind davon nichts merkt. Das hast du gesagt. Ja. Also wenn das Kind nichts merkt. Ja, ja. Wenn das Kind anfängt zu weinen, fällst du schon eine 3. Ja, genau. Ja, also ich meine, ich kann sagen, also Kinder merken, das Beispiel ist das, dass Kinder merken sehr schnell, wenn man ihnen Süßigkeiten klaut, schon in einem sehr geringen Alter, das weiß ich aus Erfahrung mit meinen Nichten und Netten und so. Also da habe ich mal, was ich, wie Fehler gemacht, meiner Nichte ein Eis, das Eis, das erste Eis, was mir der Eisverkäufer gegeben hat, der Mutter zu geben und nicht der Nichte sozusagen. Und das, was die Nichte sofort zu machen, laut zu weinen. Das ist ja nicht weg, das ist ein Vorentrag. Ja, ich weiß, aber ich meine, Kinder sind da sehr, sehr schnell. Schlecht, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich dachte halt, es wäre so auf so einer witzigen Ebene das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Dachte ich. Ich finde, es könnte nicht so etwas jemandem ins Gesicht lügen. Du hast doch diese typischen Alltagsbeispiele, die man so nimmt, finde ich für Moral. Wenn jemand absichtlich schubst und dann so tun, als ob es die Straßenbahn gewesen wäre. Was? Ach so, ach, in der Straßenbahn. Oh, die Straßenbahn. Ja, was hast du denn gedacht, dass ich draußen auf der Straße jemandem schubst und sage, die Straßenbahn wäre es gewesen? Nein, das ging vor die Straßenbahn. Ach so, nein, in der Straßenbahn. Ach so, ja, ja. Ja, aber was? Warum? Weil ich böse bin. Warum soll ich das Geld klauen? Weil ich gierig bin. Okay, das ist ja eigentlich auch völlig irrelevant, aber ich würde auf jeden Fall ein alltäglicheres Beispiel nehmen als das Geld. Oder? Ich meine, vorhin habe ich ja gesagt, ich würde was Schlimmeres machen. Zum Beispiel Massenmord. Aber das Problem ist halt, dann ist die Skala wieder schwierig. Ich würde die Skala von Anfang an alltagsmoralische Fälle nennen, damit klar ist, es geht jetzt nicht um diese krassen Gedankenexperimentfälle. Aber da müsste halt auch Diebstahl raus. Und zumindest so ein krasser Diebstahl. Vielleicht sowas wie, ich klaue jetzt eine Brezel beim Bäcker. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht, wie das passieren kann. Unter die Theke. Ja. Oder ich nehme ein Kleidungsstück, ohne zu bezahlen, und gehe raus. Mhm. Vielleicht sowas. Ja, ja. Naja, oder man könnte es natürlich, das ist gut, weil dann kann man das immer so aufweichen mit anderen Themen, wo man irgendwie sagt, man entdeckt das erst in deinem Kauf, so schmeckt, oh shit, das wurde nicht abkassiert, gehe ich jetzt nochmal zurück, oder ist es egal. Ja, vielleicht auch sowas. Ja, ja, ja. Ja. Genau, also. Was ist das Schlimmste Moralische, was du jemals gemacht hast? Alltagsmoralisch, natürlich. Also ich habe auch nichts, nicht Alltag, Moralisch Schlimmes gemacht, glaube ich. Hast du schon mal was geklaut, so als Mutprobe oder so? Also ich habe auf jeden Fall als Kind mal was geklaut. Aha. Ja. Rationalisier das mal. Ich habe das, also ich glaube mich zu erinnern, aber vielleicht rationalisiere ich meine Erinnerung, dass ich das aus Versehen eingepackt habe und dann vergessen habe, aufs Kassenband zu legen und dann ist es mir draußen eingefallen und dann war ich zu schüchtern, um zu sagen, dass ich es nicht bezahlt habe. Aber es kann sein, dass ich es wirklich geklaut habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ach so. Ich war schon junger und sonst würde ich wirklich sagen, wahrscheinlich bestimmte Arten von Lügen. Mhm. Also wie gesagt, ich finde Lügen nicht generell normal schlecht, aber manchmal schon und bestimmt habe ich schon überdrogen und mit schlechten. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Wer fällt dir spontan? Ich meine, Versprechen ist immer ein schwieriges Konzept. Da muss man nicht drüber reden. Vielleicht auch mal ein Regenbauer umgedrüber. Ja, guck, ich meine, wenn ich jetzt die Fälle, nehme ich mir die Fälle an, ich sollte sicherlich häufiger Blut spenden. Ich war in meinem Leben schon Blutspenden, aber ich konnte das auf jeden Fall regelmäßig machen. Und ich konnte sicherlich mehr spenden. Also auf jeden Fall konnte ich mir zehn Prozent meines Einkommens spenden. Ja, naja. Ja. Ich habe tatsächlich noch nie Blut gespendet, weil es sich angefangen zu studieren, das ist ja so ein typisches Ding, was man dann macht. Und es gibt ja auch dann in der Nähe eine Spendezentrum. Und immer, wenn ich das machen wollte, also ich habe es zwei, das ist immer, ich mache das schon besser, als es war. Ich habe es zweimal versucht und jedes Mal habe es eine Riesenschlange, weil das einfach so wahrscheinlich so eine Zeit war, wo viele das gemacht haben. Und ich habe dann nach dem zweiten Mal gedacht, ach nee, ist ja auch irgendwie egal. Und zum Beispiel mein Bruder hat mich immer wieder drauf hingewiesen, weil ich irgendwie null negativ habe. Und es ist ja diese Geburtkuppe, die jeder gespendet kriegen kann. Und er hat mir so, ey, das ist super hilfreich, mach das mal. Und so. Und mein Bruder das aus beruflichen und man halt weiß, dass das relevant ist und so. Und ich habe immer wieder gedacht, ja stimmt, könnte ich eigentlich mal machen. Aber ich habe das tatsächlich aus so einer drögen Faulheit einfach nie gemacht. Tatsächlich. Ja. Ja. Und ich habe auch mal was geklaut, einfach nur, aber das war irgendwie so eine Mutprobe für mich selber. Ich weiß es gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Die labeste Mutprobe auf der Welt nur für sich selber. Nein, genau. Nicht um den kümmern Donnie zu beeindrucken, sondern mich zu beeindrucken. Nein, das war gar nicht eine Mutprobe, ist auch doof. Das war irgendwie so, wir haben mal über einen Getränkemarkt, über einen ganz kleinen Getränkemarkt gewohnt und der Besitzer war auch immer nett und hat uns, also mein Bruder und mir manchmal was so, was sich geschenkt oder so. Aber immer sehr kleine Dinge. Vielleicht auch so was wie Jutten-Mollis oder so. In lustiger Weise. Und ich, und der hatte immer, da kannte ich schon so aus der Werbung gab es die Erdnüsse von Öltieren. Ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst. Ich bin eigentlich Nüsse allergisch, deshalb bin ich immer so richtig. Ich kenne nicht so eine richtige Verziehung dazu. Es gab so eine Werbung, das weiß ich noch super genau, es waren so blaue Dosen, wo die Erdnüsse drin waren, so diese Erdnüssedosen. Ich kenne das nur von diesen Tricks, wo da so Schlangen rauskommen. Dann gibt es so diese Erdnüsse. Ja, genau. Und genau diese Dosen hatte der Besitzer des Getränkemarkts in seinem Laden. Und ich hatte immer total Bock, diese Erdnüsse zu probieren. Aber wir hatten es jetzt auch nicht so viel Geld, dass das irgendwie was gewesen wäre, was wir hätten kaufen können. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so okay, es hat keiner am Getränkemarkt, ich habe auch diese Erdnüsse zu führen. Ich habe dann diese Dose Erdnüsse genommen und bin quasi, der Getränkemarkt hatte zwei Räume. Ein Raum war quasi, wo die Kasse war und andere waren neben dem Getränken. Und dann gab es noch den Raum, wo so einfach Kisten standen und man einfach einmal so in den Kreis war. Und dann bin ich so in die entfernteste Ecke von der Kasse gegangen, weil eben der Besitzer gerade draußen war, habe diese Dose aufgemacht, habe so ein, zwei Erdnüsse rausgegessen, habe ich die Dose hinter den Kisten versteckt, weil ich sie ja nicht rausbringen konnte, das hat er ja gesehen, weil das ja so ein enger Raum war. Und er stand ja am Ausgang. Und dann habe ich die irgendwie quasi im Getränkemarkt versteckt und dann bin ich wieder rausgegangen, habe die ganze Zeit mega Herzklopfen und ein schlechtes Gewissen, weil ich ja diese Dose dadurch ja jetzt auch verschwendet habe. Aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Da kann ich mich jetzt noch super dran erinnern. Das war noch schlimmer, wenn du so ein Aufräumen gefunden und sich gedacht, das hat wahrscheinlich irgendein Kind hier aufgemacht und was gegessen, doof. Oder vielleicht er sie auch selber gegessen. Achso, das ist eine gute Konnummer auch auf die Skala. Ja, das ist doch eine sehr, sehr konkrete Geschichte. Okay, ja, an sich, aber ich meine, es kam an sich nichts raus, aber ich fand die Studie trotzdem spannend. Ja, das ist auch anregend, darüber nachzudenken. Also ich finde, die Frage, das haben sie ja am Anfang ganz gut ein, einfach zu sagen, inwiefern wirkt sogar auf uns so eine moralisch professionelle oder professionelle Beschäftigung mit moralischen Themen, hat das auf uns einen Einfluss, weil intuitiv würde ich sagen, ja klar. Ja. Aber sie können es irgendwie nicht belegen an der Gruppe, die am meisten damit zu tun hatten. Das finde ich schon spannend. Also welche Implikationen das haben? Ich meine, alle könnten sich damit rechtfertigen zu sagen, dabei handelt es sich nicht um relevante moralische Themen, sondern halt um so Alltagskram und darüber reden wir ja nicht im Studium. Ich rede ja nicht im Studium, wir kennen ein Philosophie-Seminar über Kontakt mit meiner Mutter. Ja, das stimmt. Oder da würden vielleicht viele Leute sagen wie ich, es gibt keinen intrinsisch-moralischen Wert von Kontakt zur Aufnahme mit deiner Familie oder so. Ja, klar. Alltags-allgemeinsprachlich würde man schon sagen, es ist eine moralisch gute Tat. Ich fand es einfach witzig, die Frage. Ich finde es auch witzig, dass Schwitzgebel offensichtlich seine Karriere darauf gewidmet hat, das rauszufinden. Nicht, dass ich, also ich will das nicht runterwerten. Ich finde es gut, dass er das macht, dass er die verschiedenen Studien macht. Ich habe auch gesehen, er hat noch mehr Studien dazu gemacht, auch danach noch. Und ich finde das irgendwie super interessant, dass es so spezifisch ist. Aber wenn man dahinter guckt, ist es ja nicht nur eine merkwürdig, witzige Frage, sondern es ist ja eine relevante Frage. So zu wissen, führt moralische Ausbildung dazu, dass ich mich moralisch besser verhalte? Dann würde man ja denken, ja. Ja, ihr zitiert ja zu Recht am Anfang Aristoteles, der behauptet hat, was ist das Ziel einer moralphilosophischen Ausbildung ist, ein guter Mensch zu werden. Und das scheint ja nicht zu sein. Nimm das Aristoteles. Ja, zumindest nicht bei dir. Es wäre super interessant, wenn man so typische Fälle nehmen würde, worüber man in vielleicht Philosophiestüben eher redet, zum Beispiel Lügen. Wir werden auch diese Folge zurückkommen, wenn wir über Judith Jarvis-Thompson wieder reden, oder? Und hast du da nicht auch irgendwie diese Studie mal zitiert, wo Leute dann gesagt, also wo quasi Philosophie-ProfessorInnen gefragt worden sind, welchen Text sie gerne mit Studierenden lesen und was sie dann eben gesagt haben, ich lese total gern den Text von Judith Jarvis-Thompson, also die Verteidigung der Abtreibung, weil danach ganz viele Studierende sagen, der Text hat mich nachhaltig verändert, ich habe da jetzt eine andere Haltung zu dem Thema. Naja, es ist eher so anekdotisch, das weiß keine Studie. Klar, aber irgendwie... Also es war eher sowas wie so eine Lobpreisung von diesem Aufsatz und dann wurde halt gesagt, wenn ich studiere, eine Frage, welcher Text hat sie besonders beeinflusst in diesem Seminar und das war halt so ein Übersichtsseminar natürlich und dann ist es halt sehr oft eine Verteidigung der Abtreibung, was ich verstehen kann. Dann könnt ihr gerne die Vorstellungsfolge hören. Vielleicht besprechen wir den Text ja auch mal oder vielleicht besprechen wir mal den Trolleycase-Text von mir, der ist jetzt so. Ja, gerne. Also und falls ihr noch Ideen habt, was... Studien, richtig gute Studien, schickt sie uns, wir können darüber diskutieren und streiten. Paul wird erzählen, ob er das für empirisch valide hält und ich werde darüber meckern, ob das wirklich eine moralische Tat ist oder es muss kein moralisches Thema sein. Genau. Ja, wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß und habt vielleicht auch Lust bekommen, euch mit diesen Fragen selbst auseinanderzusetzen. Ja, lest den Text. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.